Aufnahme? Läuft. Stream? Nicht vorhanden. Chat? Irrelevant. Äh, Getränk? Schwarztee. Hm, ich hab hier, gibt wieder Eistier-Marte, ob ich die nicht so mag, aber war die einzige Marte, die verkauft wurde. Ähm, und die Presse? Gruppe Hilfe. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Herzlich willkommen zur 51. Folge des Countdown-Podcasts. Ich muss noch mal mein Mikro ein bisschen weiter wegziehen, damit ich nicht so poppe. Ich begrüße meinen Co-Moderator, den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Und, äh, ja, der Couch-Gig, äh, ich glaub, den müssen wir heute nicht erklären. Ja, äh, zumindest für die letzte Woche nicht. Ähm, irgendwann die Nachwelt wird sich an den derzeitigen Präsidenten erinnern und das hat natürlich etwas mit dem zu tun. Also, wenn ihr das in 50 Jahren hört, äh, das war eine obskure Referenz, äh, die, äh, C-O-V-F-E-F-E, äh, buchstabiert wurde. Ja, ich, ich, ich bin, ich bin, ich bin da gerade ein bisschen im Zweifel, ob, äh, in 50 Jahren irgendjemand überhaupt was hört. Keine Ahnung. Ja, also ich, ich empfehle, äh, immer wieder den History of Rome Podcast. Und, äh, also erstens von, von Mike Duncan und dann von Dan Carlin natürlich Death Throws of Republic. Und, äh, der erstere, der Mike Duncan, der hat jetzt, äh, ein Buch rausgegeben, beziehungsweise hat er schon seit Ewigkeiten geschrieben, ist auch schon lange fertig und das kommt irgendwann im Oktober, glaube ich, raus und, äh, es hieß, äh, The Storm Before the Storm. Mhm, okay. Und, äh, das, äh, ja, ich glaube, das ist lesenswert in Anbetracht der Zeiten, in der wir leben. Ja. Um so ein bisschen die Stimmung jetzt wieder zu heben, ähm, wir hatten ja einen Monat Sex und wir hatten ja mal vor einiger Zeit schon eigentlich gesagt, dass wir so ein bisschen Spenderdank machen wollen, also so auch namentlich und dann haben wir es wieder vergessen und jetzt ist mir wieder eingefallen, ähm, weil ja Monat Sex und zwar und wir auch über PayPal mal wieder ein bisschen Geld bekommen haben und, äh, wir machen das jetzt einfach am Anfang bevor wir es wieder vergessen und wir machen das so, damit das in Zukunft auch alle zukünftigen Spender wissen, damit sie, wenn sie irgendwie sich überlegen, ob ihr Name dort genannt werden will. Also bei Patreon lesen wir nur einen Vornamen vor, wenn Vor- und Nachnamen angegeben wurde oder halt der gewählte, das gewählte Pseudonym und, äh, ähm, bei PayPal ähnlich, genau. Und ihr könnt ja jederzeit dort irgendwie einen Kommentar dazu machen und das lesen wir dann und dann halten wir uns dran, was auch immer drin steht. Genau. Äh, nicht alles, aber, äh, alles, was irgendwie legal machbar ist. Ja, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen, genau, wir nennen auch keine Beträge, weil es gibt ja unterschiedliche Gründe, dass man halt gewisse Beträge spenden kann und nicht und wir wollen auch niemanden jetzt quasi, äh, besonders loben, weil er mehr Geld geben kann als der andere, das hat ja immer verschiedene Gründe. Also wir nennen nur Vornamen, bedanken uns dann ganz herzlich. Also wir, ähm, ich fange mal an mit dem Eike, Sebi, Nietzsche-Boer, auch ein sehr treuer Twitter-Follower, der Steffen, der Martin, Torben, 19 Grad, jetzt kommt das schwierig, Raw, Iroh, Roaminger, oder Roaminger, äh, der Telegonom, äh, der Meh, also M-E-H, Markus, Sebastian, Manuel, Thomas und ganz oben Ronald, der längste und treuste Patreon-Supporter. Und dann hatte ich nochmal vom, ähm, Gewattel, also Ed Gewattel auf Twitter, bisschen was, äh, über Paper bekommen, herzlichen Dank, habe ich mich auch ganz brav zurückbedankt, äh, ging dann auch ein Teil, kann man schon mal sagen, äh, an Podsit weiter, die ja, äh, kostenlos, und das ist ja sehr erstaunlich kostenlos, äh, für uns die Folgen hosten, was ja mittlerweile, ähm, ich glaube, äh, etwas um die, äh, also ich glaube, Ich weiß nicht, 10 Gigabyte, was in der Größenordnung kann es doch sein? Ja, ich muss mal kurz nachschauen, das ist mal ausgerechnet, ähm. Plus dazu die, die diversen Varianten, ne? Ja. Und wenn man die Downloads zusammennimmt, dann kommen wir, oih, 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 oih. Also ich habe jetzt, äh, genau, der, 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 ich weiß nicht, ich glaube, der Falk, der macht den... Also ich glaube, dann, sag mal, kommen wir dann noch, also mit Terabyte, äh, was war das Nächste gleich? Lass mich mal ausreden. Ähm, wir hatten 500 Gigabyte Downloads im März des Jahres, alles zusammen, also auch Kultur-Pessimisten. Okay. Also 500 GB im März und jeweils 280 GB im April und Mai. Ich glaube, im März hatten wir, glaube ich, auch so viele Folgen, weil da auch so viele Interviews und so rauskamen. Also schon einiges und ich habe es mal so gegengerechnet gegen den günstigsten Cloud-Hosting-Anbieter und das sind etwa 10 Euro im Monat, die wir zahlen müssten beim günstigsten Anbieter. Und den Betrag in etwa habe ich dann auch diesmal am Podseat überwiesen von der Spende vom lieben Quattel. Und du hast auch was bekommen über Paypal, habe ich gehört. Ich habe vom Ingo was bekommen. Ich hoffe, das hatte damit mit dem Countdown zu tun, aber ich gehe sehr stark davon aus. Ja, oder halt einfach generelle Spende für dein Lebenswerk. Sozusagen. Ja, jedenfalls vielen Dank. Also danke an alle regelmäßigen und einmal Unterstützer und Unterstützerinnen. Wir freuen uns über jede Spende und ja mittlerweile zahlt uns das auch ein bisschen oder komplett auf Phonik und jetzt haben wir auch ein bisschen was an Podseat überwiesen. Das freut uns immer sehr, wenn wir da auch wieder was weitergeben können. Gut, das war der Unterstützer-Dank. Kommen wir zum Feedback. Da hatten wir nur eine kleine Sache, gab keine Kommentare, keine große Kritik. Kann es ein gutes oder kann es ein schlechtes Zeichen sein? Entweder die Leute hören uns nicht mehr oder sie finden alles okay, was wir sagen. Jo. Und ich muss mal eben hier, ich habe tatsächlich einen Donut laufen, was für ein Anfängefehler. Genau, und da hat der Wolfram B. auf Twitter hat uns gefragt, ob wir schon mal was zu Stratto-Lounge gesagt hätten, weil die ja vor kurzem ihr Flugzeug, ihr Monsterteil ausgerollt haben aus dem Hangar. Ja. Und tatsächlich hatten wir… Immerhin, also ich meine, das alleine ist insofern schon erstaunlich, als dass es jetzt echt ist. Ja. Und wir hatten tatsächlich schon zweimal über Stratto-Lounge geredet, einmal in Folge 7, also fast vor zwei Jahren, wo wir einen ganzen Themenblock über Flugzeuggestützte Raketenstarts hatten. Und da halt auch über Stratto-Lounge gesprochen haben, ist ja von diesem Paul Allen, der durch Microsoft zum Milliardär wurde, der finanziert das ja. Ja, einer der Gründer mit. Ja, genau. Und dann in Folge 37 gab es Berichte, dass die so ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren, wo sie jetzt offensichtlich anscheinend raus sind und so das ganze Projekt so ein bisschen in der Schwebe hing. Das scheint jetzt auch anscheinend durchgestanden zu sein. Und sie haben ein Flugzeug. Sie haben ein Flugzeug, sie haben… Von ATK hat man gehört, dass sie die Pegasus-Rakete von dort starten wollen. Ja. Ja. Ähm, äh, das ist eine Verschwendung sondergleichen. Weil sie so klein ist, also das Flugzeug könnte mehr hin. Genau. Viel, viel mehr. Gibt's überhaupt solche, solche Raketenmodelle schon dafür? Ich glaub, die müssen ja erst noch entwickelt werden, oder? Äh, das ist, das ist genau der Punkt. Äh, Stratto-Lounge hat sich ja mit allen möglichen Leuten zusammengesetzt und gesagt, hey, wir brauchen eine Rakete. Und alle haben irgendwann früher oder später abgewinkt. SpaceX war auch mal dabei, war, glaub ich, an der ersten sogar. Mhm. Mhm. Und, ähm, genau. Das, äh, hat die weiteste, äh, Spannweite. Also es ist ja, wer das Foto nicht kennt, äh, sollte sich auf jeden Fall anschauen, weil das schon recht beeindruckend ist. Ähm. Ja, es ist ein, es ist ein Flugzeug, das aus zwei Boeing 747 zusammengebastelt wurde, äh, nur halt nicht mit acht Triebwerken, sondern mit sechs. Genau. Ähm, genau. Hat die weiteste Spannweite, Spannweite, äh, von allen Flugzeugen verständlicherweise. Ähm, ich seh grad, ich hab das hier einen Artikel von, von aero.de, ähm, genau, übernommen von Flugreview. Für die hast du auch mal geschrieben, oder? Äh, für die schreibe ich noch. Für die muss ich irgendwie ganz dringend noch einen Artikel schreiben. Ja. Ähm, die meinten, dass, äh, dass das nur zwei Piloten hat und einen Boardingenieur. Ähm, also sitzen die ja dann alleine in der Kabine? Äh, 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 scheint ein bisschen fahrlässig. Naja, was wollen sie machen, ne? Ich dachte halt, pro Kabine halt, wie bei normalen Flugzeugen, ein Pilot, ein Co-Pilot. Tja. Oder fliegt der eine und der andere, also sitzt ein Co-Pilot in der einen Kabine und der Boardingenieur in der anderen Kabine, oder wie? Weil man kann da nicht drüber laufen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nur auf einer Seite, aber, äh, braucht man ja auch nicht unbedingt. Das ist ja bloß der, äh, äh, der Symmetrie und der Stabilität wegen. Okay. Damit dazwischen, weil dazwischen hängt ja die Rakete, die, also, sobald mal irgendwann eine signifikante Rakete da ist. Ja. Genau. Äh, steht auch Teilspenden, Teilspenden von ausgedienten 747, ähm, genau, wird, mit Spitzname ist der Rock, ähm, kennt man ja vielleicht aus Herr der Ringe, ähm, der große Adler. Ah, okay, ja, nein. Stammt ursprünglich aus der fernöstlichen, na, nein, nicht nahöstlichen Sagenwelt, ein, äh, großer Vogel, der sogar Elefanten greifen konnte, anscheinend. Ja, also, Elefanten sind ja noch leichtgewichtig gegenüber dem, was die da machen wollen. Ich meine, äh, ich glaub, das waren sowas wie, wie 200 Tonnen oder, oder 300? Nee, äh, 250, 249 Tonnen maximale Nutzlast, 590 Tonnen Startmasse. Hm, genau dazwischen. Genau, Spannweite von 117 Metern. Ja, also, eine Elefantenherde aus 50 ausgewachsenen Elefanten. Kann man da drunter hängen. Ist vielleicht nicht so gesund für die Elefanten, aber. Ja, genau. Jo! Genau, das war unser kurzes, äh, Feedback-Segment zu Stratterlaunch. Es ist halt, äh, nicht so interessant, weil es gibt nur ein Foto von einem großen Flugzeug und bis dahin ist noch nichts, äh, weit mehr passiert. Ja, es ist, es fehlt vor allen Dingen irgendwie, äh, eine, eine Innovation auf der Raketenfront, äh, und eine Pegasus-Rakete da drunter zu hängen, ähm, ja, okay. Ja, gut. Kommen wir zu unserem ersten, äh. Also, äh, Virgin, Virgin Orbital, die hatten sich ja jetzt irgendwann umbenannt, von Virgin Galactic, also beziehungsweise, äh, Virgin Galactic ist ja diese Raumfahrtsparte gewesen von Virgin, von der Virgin Gruppe. Und jetzt machen die bloß noch, äh, Weltraumtourismus und, äh, die hatten ja irgendwann gesagt, hey, wir entwickeln noch eine Rakete, um Satelliten zu starten und die, äh, haben sie irgendwann ausgegründet und nennen sich jetzt, äh, Virgin Orbital. Und, äh, die haben, ich glaub, ein ausgediente 747 gekauft, äh, beziehungsweise einfach aus dem Bestand von Virgin, äh, übernommen und, äh, die in Cosmic Girl umbenannt und die soll dann irgendwann die Raketen tragen. Und, äh, ja, aus der Luft abschließen. Okidoki. Also, unser erstes Thema ist, wie schon angekündigt, Photovoltaik in der Raumfahrt, das hatten wir schon in der letzten Folge gesagt. Und, äh, der Frank will uns jetzt was darüber erzählen. Ja, das will er. Also, wir hatten es ja in der letzten Folge schon mal kurz besprochen, ähm, im Rahmen der, äh, der Kernkraftdiskussion, ähm, also Kernreaktoren, ähm, da gibt's ja ein, und, ähm, also dort erzeugt man ja den Strom, indem man praktisch, äh, etwas aufheizt und dann aus der Wärme den Strom gewinnt, auf welche Weise auch immer, ähm, egal ob das jetzt ein Stirling-Motor ist oder diese Thermo-Elemente. Gibt diverse Möglichkeiten und, ähm, früher hat man gedacht, ja, genau so macht man auch Strom im Weltall, äh, aus Sonnenlicht, weil, ähm, was anderes heißt, hatte man nicht, zumindest zu der Zeit, bevor man angefangen hat, äh, tatsächlich Raumfahrt zu betreiben, weil da war man einfach mit der Technik noch nicht so weit, ähm, hat natürlich ein paar Nachteile, hatten wir auch schon drüber diskutiert, man braucht nicht nur einen warmen Teil davon, sondern man braucht auch noch einen kalten Teil, damit man die Wärme irgendwie wieder los wird, weil nur zwischen einer warmen Seite und einer kalten Seite kann man tatsächlich Strom gewinnen. Ähm, und gucken wir uns mal ganz kurz an, was eigentlich passiert, wenn man versucht, aus Wärme Strom zu gewinnen, ähm, beziehungsweise was passieren würde, wenn man das versucht, mit, äh, mit Sonnenlicht zu machen, äh, tut man also, was tatsächlich auch passiert, weil, ähm, 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 äh, wie nennt sich das, äh, äh, Solar, Solarthermik, so rum, genau, Solarthermik, äh, gibt's ja tatsächlich, macht man ja auch, äh, man nimmt Sonnenlicht, macht damit was heiß und, äh, erzeugt daraus Strom. Ähm, ähm, was da passiert, man nimmt die gesamte, das gesamte, äh, man nimmt, äh, die gesamte Energie des Sonnenlichts und, äh, wandelt das praktisch in Wärme um. Ähm, das Sonnenlicht besteht aus, äh, diversen, äh, ja, besteht bekanntlich aus Lichtteilchen, Photonen, äh, jedes Photon hat, äh, eine eigene Menge an Energie, je nachdem wie viel Energie es ist, äh, sieht es dann entweder das Licht, was daraus kommt, entweder blau, grün, gelb, rot, äh, oder halt ultraviolett oder infrarot aus, beziehungsweise bei den letzten beiden, dann sieht's halt nichts mehr aus, weil das sehen wir nicht mehr. Ähm, okay, und jetzt, äh, kann man dieses ganze Licht nehmen und es ist völlig egal, wie diese Photonen aussehen, äh, es gibt ja manchmal so dieses Missverständnis, äh, infrarotes Licht ist Wärmestrahlung, und man glaubt dann immer so, äh, ja, okay, äh, demzufolge, wenn wir in die Sonne rausgehen und es wird warm, dann wird es deswegen warm, weil da infrarotes Licht von der Sonne kommt und, äh, diese Wärmestrahlung uns dann warm macht. Nee, ist nicht so, äh, das ganze Licht der Sonne, äh, sorgt dafür, dass es warm wird. Ähm, auch das sichtbare Licht, also sobald das sichtbare Licht irgendwo draufknallt und absorbiert wird, dann wird es einfach warm. Ähm, völlig unabhängig davon, ob es infrarot ist oder sichtbar oder ultraviolett oder sonst irgendwas. Okay, das ist eine ziemlich primitive, äh, Art, diese Energie von dem Sonnenlicht zu benutzen. Ähm, hat gewisse, äh, Grenzen, wie gesagt, man braucht irgendwie eine, eine Wärmesenke, um das Ganze abzukühlen, und selbst dann, ähm, ist die Effizienz immer begrenzt, weil, äh, die hängt erstens von der, von der Temperaturdifferenz ab und im Weltall ist die Temperaturdifferenz immer etwas schwierig herzustellen, weil Kühlung ist halt schwierig und selbst dann, äh, muss, hat man meistens irgendwelche mechanischen Teile dazwischen, die dann mit der Zeit kaputt gehen können, also irgendwelche Turbinen, irgendwelche Stirling-Motoren oder halt auch die Thermoelemente, die auch mit der Zeit kaputt gehen, ist alles nicht so ideal. Ähm, deswegen hat man schon am Anfang der Raumfahrt angefangen, Photovoltaik zu benutzen. Photovoltaik macht den Strom anders, also ohne diesen Umweg über mechanische Arbeit oder sonst was, sondern direkt aus der Energie der Photonen heraus, also aus der Energie der Lichtteilchen heraus. Gibt aber ein Problem. Das Ganze ist ein, äh, quantenphysikalischer Vorgang und, ähm, das heißt, äh, die Lichtteilchen haben eine bestimmte Energie und man kann immer nur einen bestimmten Teil davon benutzen. Was so eine Solarzelle letzten Endes macht ist, äh, es kommt eine, es kommt halt dieses Lichtteilchen, äh, von der Sonne auf die Solarzelle und trifft dort irgendwo auf ein Elektron und gibt diesem Elektron eine Menge Energie mit. Und jetzt kommt's drauf an, äh, wenn die Energie von dem Photon, von dem Lichtteilchen, nicht wirklich ausreicht, äh, um diesem Elektron so viel Energie mitzugeben, dass es praktisch aus dem Kristallgitter innerhalb von dieser Solarzelle rauskommt und, äh, in das sogenannte Leitungsband kommt, von dem Halbleiter, dann, äh, fliegt es einfach durch. Okay, das mit dem Leitungsband war jetzt ein komischer Fachbegriff. Ähm, wir kümmern uns darum etwas später. Was passiert ist jedenfalls, dieses Elektron ist jetzt innerhalb dieser Solarzelle und funktioniert jetzt genauso wie jedes Elektron, das beispielsweise in einem Stück Metall wäre, soll heißen, äh, das könnte theoretisch jetzt, das ist halt leitfähig, das kann sich bewegen da drin. Äh, kann dann entsprechend, ähm, aus der, aus der Solarzelle raus und kann Spannung aufbauen und man kann direkt eine, äh, direkt das Ganze als Energiequelle benutzen. Und, äh, je nachdem, was für ein Material man da hat, äh, hat man dann eine höhere oder niedrigere Spannung. Ähm, hängt alles davon ab, wie viel Energie dieses, äh, dieses Elektron dann in diesem Leitungsband hat. Diese Energie, dieses komische Leitungsband, äh, das ist halt jetzt so ein, so ein komisches Stück Festkörperphysik. Also, ähm, wenn man sich so ein Metall vorstellt, ein normales Metall, also einen Leiter, einen elektrischen Leiter, wir sprechen hier über, über Halbleiter, Leiter und Nichtleiter. Und, äh, wir werden gleich sehen, es stellt sich heraus, äh, im Prinzip gibt es, ist das alles mehr oder weniger das Gleiche. Es hat nur ganz besondere Ausprägungen jeweils. Also, ähm, wenn man Metall hat, dann hat man immer bewegliche Elektronen da drin, äh, einfach bloß, weil die, weil die Elektronen, die in diesem Metall drin sind, äh, so viele sind, dass nicht alle davon wirklich fest an die Atome gebunden sein können. Ähm, das liegt einfach an den, an der Art, wie, wie Metalle, äh, chemisch gebunden sind. Also, irgendwie müssen die halt zusammen, äh, letzten Endes zusammenhalten. Und das passiert in dem Fall nicht über normale chemische Bindungen, äh, beziehungsweise es bleibt bei der normalen chemischen Bindung halt einfach ein bewegliches Elektronen immer zurück. Wenn man jetzt sowas hat, wie, äh, ja, Silizium oder zum Beispiel auch einen Diamanten oder sonst irgendwas, dann ist das nicht so, dann bleiben keine Elektronen übrig, es sind alle Elektronen erst mal prinzipiell festgebunden an, äh, die Atome von diesem Festkörper. Bis irgendwann, äh, so was kommt wie ein Photon oder irgendwas anderes, das, äh, einem Elektronen genügend Energie mitgibt, um nicht mehr festgebunden zu sein, sondern sich frei bewegen zu können. Und diese Fähigkeit, sich frei bewegen zu können, das, äh, das ist dann halt praktisch der Punkt, an dem das, an dem dieses Elektron in diesem Leitungsband ist. Und das Leitungsband ist halt, es gibt so diverse Energiebänder, äh, das heißt also jedes Elektron hat ein bestimmtes Energieniveau. Und, äh, die Quantenphysik diktiert uns, es gibt wirklich, äh, so eine, eine durchzählbare Menge an Energieniveaus, auf denen so ein, äh, auf denen so ein Elektron, äh, existieren kann. So heißt es, es kann eine ganz bestimmte Menge an Energie haben. Also, ähm, stellen wir uns das einfach mal vor, wie man, man hat irgendwie so eine, so eine Treppe, sagen wir mal. Und, äh, jedes Elektron kann immer bloß auf einer Stufe von dieser Treppe sein. Na, und, äh, bei Metallen ist es so, du stehst unten, du, du fängst praktisch unten an der Treppe an, und, äh, jedes Elektron, das so ein Atom hat, bekommt so, bekommt einen Platz auf einer Stufe. Und jede Stufe kann immer bloß einen Elektron aufnehmen. Und dann verteilst du deine Elektronen von unten nach oben hin, und irgendwann ist die Treppe plötzlich zu Ende, und du hast immer noch Elektronen übrig. Und ganz oben am Ende der Treppe, da ist sozusagen das Leitungsband, wo die Elektronen nicht mehr fest gebunden sind, sondern sich frei bewegen können. Okay, ist das, ist das halbwegs anschaulich? Ja, also du schubst sozusagen Elektronen soweit die Energietreppe hoch, bis es, äh, freikommt. Genau. Genau. Ähm, und bei Metallen ist es einfach bloß so, du hast mehr Elektronen, als du, als du, als du, als du Stufen auf deiner Treppe hast. Okay. Und ganz oben hast du halt immer genügend Elektronen übrig, die sich dann halt, äh, äh, ja, frei bewegen können. Bei, äh, Nichtleitern ist es so, du hast eine riesenlange Treppe, äh, beziehungsweise, ähm, nee, ist nicht so. Äh, du hast eine Treppe, und am Ende der Treppe ist jetzt nicht irgendwie ein Plateau, wo du, wo du dich frei bewegen kannst, sondern, äh, da ist dann plötzlich so eine Felswand, die steil nach oben geht. So heißt es, du hast eine riesengroße Treppe, als, äh, eine riesengroße Stufe als nächstes. Mhm. Okay, und wenn du jetzt nicht einen riesengroßen Satz machst, dann kommst du nicht, äh, über diese nächste Stufe, äh, praktisch drüber. Okay? Ja. So, und je nachdem, wie groß diese Stufe nun ist, redet man entweder davon, dass man einen Halbleiter hat, weil du, du brauchst dann halt, also die, die untere Treppe ist dann halt schon, die ist schon voll, ne, und, äh, es sind nicht mehr genügend, äh, Elektronen übrig, um jetzt die ganze Stufe voll zu machen. Und, um die ganze Treppe voll zu machen, ähm, soll heißen, wenn du irgendwie ein paar Elektronen haben willst, die Strom leiten können, dann müssen die praktisch über diese eine große Stufe irgendwie hinaus nach oben hin. Und je nachdem, wie groß diese Stufe ist, wenn sie etwas kleiner ist, dann redet man von einem Halbleiter, und wenn sie ziemlich groß ist, dann sagt man einfach, es ist ein Nichtleiter. Äh, das stimmt so immer nur begrenzt, äh, weil wenn du nur genügend drauf haust, dann kriegst du schon ein paar Elektronen da oben in das Leitungsband rein, aber, äh, das, das braucht dann schon verschärfte Maßnahmen. Okay? Ähm, und wenn man das runterkühlt, dann leitet das besser, deswegen, äh, kühlt man so Halbleiter? Äh, nee, das, das, das runterkühlen und besser leiten, das, äh, ist eine andere Sache. Äh, 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 das ist dann, das, das ist dann die Frage, wie sich die, wie sich die Elektronen innerhalb von dem Metall oder dem, innerhalb von dem Metall bewegen. Äh, äh, tatsächlich ist es so, wenn du einen Halbleiter hast und du heizt den richtig schön auf, dann leitet der besser Strom, weil, äh, dann hast du einfach, äh, wenn du den aufheizt, hast du, hast du so Schwingungen in diesem Gitter von den Atomen. Und diese Schwingungen, die haben Energie, und diese Energie, äh, die kann dazu führen, äh, dass die, dass die Elektronen praktisch über diese große Stufe, äh, hinauskommen und, äh, ganz oben landen. Mhm. Okay, und, äh, dann können sie halt, äh, ja, dann kann das Ding plötzlich Strom leiten. Und umso heißer das wird, umso mehr Elektronen kommen über diese Stufe hinaus und, äh, umso besser kann es Strom leiten. Deswegen werden Halbleiter manchmal auch Heißleiter genannt. Okay. Bei einem Diamanten wirst du dann nicht viel Glück haben, weil da brauchst du dann so viel Energie letzten Endes, dass der, äh, ja, dass die Elektronen da oben nicht ankommen, wenn, bevor der, bevor der Diamant nicht irgendwie sich chemisch auflöst oder so. Ich weiß gar nicht, wie heiß der dann, äh, sein müsste, bevor der anfängt, gleitend zu werden. Okay. Mhm. Gut. Ähm, aber irgendwann kommen diese, kommen diese Elektronen wieder zurück. Von dieser oberen Stufe auf die untere Stufe. Und da ist halt eine, eine große Energiedifferenz dazwischen und die kannst du halt ausnutzen. Und, äh, die ganze Sache bei der Photovoltaik ist halt, diese Energiedifferenz auszunutzen. Und diese Energiedifferenz, äh, ist so in genau der Größenordnung, äh, je nachdem, was für einen Stoff du hast, aber es ist so ungefähr in der Größenordnung von der Energie, die auch die Lichtteilchen haben. Okay. Problem jetzt. Jetzt kommt so ein Lichtteilchen an und, äh, gibt unten so einem Elektron, äh, einen Tritt in den Hintern und das fliegt bis hoch, aber tatsächlich hat das, hat das Lichtteilchen, äh, dem mehr Energie mitgegeben, als diese Treppenstufe hoch ist. Kann man sich ja vorstellen, ne? Dann kommt dieses Elektron nicht nur in das Leitungsband, sondern, äh, es fängt dann plötzlich wild, also es hat dann noch überschüssige Energie und knallt dann gegen irgendwelche Atome dagegen. Äh, das sorgt dann dafür, dass sich das Ding einfach nur aufheizt. Und irgendwann ist es dann langsam genug, bis es halt ganz normal in dem Leitungsband ist. Soll heißen, äh, die überschüssige Energie von dem, von dem Licht, äh, geht einfach verloren. Ne? Also du, du hast irgendwie, äh, jedes, jedes, äh, Lichtteilchen hat eine bestimmte Energie und, äh, wenn es zu viel hat, dann geht alles überschüssiger einfach verloren. Und wenn es zu wenig hat, dann reicht das nicht aus, um das Elektron irgendwie über diese, über diese Stufe hinaus zu bringen. Und, äh, weil wir hier nicht mit der normalen Welt, äh, äh, in Verbindung stehen, äh, heißt das, dass die, dass die Elektronen, also, dass jetzt nicht irgendwie die Elektronen anfangen, bloß so ein Stück hoch zu springen und dann, und dann es halt nicht schaffen und das Ding halt trotzdem irgendwie aufgeheizt wird oder so. Ne, äh, wir, wir reden hier von Quantenphysik, soll heißen, das heißt, dass die Lichtteilchen dann überhaupt nichts machen mit den Elektronen. Die Elektronen können dann überhaupt nichts von der Energie aufnehmen und dann fliegen die einfach durch. Das ist, äh, immer eine merkwürdige Sache, aber, äh, ist tatsächlich so. Also wenn, wenn so ein Elektronen keine, äh, kein Energieniveau, kein passendes Energieniveau findet, äh, wo es dann tatsächlich hinfliegen könnte, äh, dann, dann nimmt es halt einfach die Energie nicht auf. Fertig. Okay, ja. Deswegen ist, deswegen ist ein Diamant auch durchsichtig. Weil, äh, die, die Stufe ist einfach so riesengroß, äh, dass da kein, dass da kein, kein, äh, Lichtteilchen absorbiert werden würde. Ist es auch bei Glas so oder ist es nochmal ein anderer physikalischer? Äh, bei Glas ist es so ähnlich. Okay, also alles, was durchsichtig ist. Ja, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Unsinn erzählt, aber das müsste so hinkommen. Äh, also wir haben jetzt geklärt, dass die, äh, 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 dass halt Stoffe bloß eine bestimmte Menge Energie aus dem Licht aufnehmen können. Das Problem ist, wie wir schon gesagt haben, von der Sonne kommt alles Mögliche an Energien in Form von Lichtteilchen auf uns zu. Und das begrenzt dann die Effizienz. Ne, also ein Teil von dem Licht, also du kannst jetzt jede beliebige Solarzelle nehmen, die du dir, die du irgendwie bauen kannst, ne, also die haben halt immer so eine Bandlücke, eine bestimmte Größe von dieser Stufe. Und, äh, es ist völlig egal, was für eine du nimmst, du hast immer den Fall, dass, äh, es jede Menge Lichtteilchen gibt, die einfach nur durchgehen und, äh, praktisch überhaupt nichts dazu beitragen, dass da irgendwie Strom draus kommt. und auf der anderen Seite hast du jede Menge Lichtteilchen, die, äh, mehr Energie haben, als die, als die, äh, als diese Stufe hat. So heißen die dann einfach bloß den Rest in Wärme umwandeln. Okay? Mhm. Und das begrenzt halt die Effizienz von der ganzen Sache. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich nicht alles so völlig perfekt läuft, also du kannst nicht die, also es gibt halt immer so ein, äh, äh, wenn du so einen Grenzfall hast, ne, dass das Lichtteilchen genau perfekt, also dass du jetzt irgendwie ein Laser drauf scheinst, der genau, die genau abgestimmt ist, also dass du wirklich die perfekte Wellenlänge hast für diesen Halbleiter, äh, die perfekte Energiemenge der Lichtteilchen hast für diesen Halbleiter, ähm, dann kommst du auch nicht immer auf 100 Prozent und so, äh, aber da ist man schon ziemlich gut geworden. Also das ist nicht so sehr das Problem. Das größte Problem ist, es gibt einfach sehr viel Licht mit Lichtteilchen, die zu viel Energie haben und, äh, ja, deren Energie ist dann halt einfach verschwendet, ne, mehr oder weniger, wird dann halt einfach bloß in Wärme umgewandelt und das war's. Und das begrenzt die mögliche Effizienz von so einer Solarzelle. Ähm, es gibt natürlich Wege drumherum, ein bisschen zumindest. was du machen kannst, ist, äh, du baust einfach zwei Solarzellen ein. Hintereinander. Okay. Weil, wir hatten ja gesagt, wenn so ein Photon zu wenig hat, zu wenig Energie hat, dann, äh, geht's einfach durch, ne? Und was du dann machst, ist, naja, du baust halt eine Solarzelle auf, die zum Beispiel nur mit blauem Licht und ultravioletten Licht und so weiter was anfangen kann. und alles, was, was dann grün ist oder so, oder gelb oder rot, geht halt durch, ne? Und da dahinter packst du dann zum Beispiel eine Silizium-Solarzelle, die dann halt auch noch mit infrarotem Licht was anfangen kann, glaub ich, äh, oder so rotes Licht, so, naja, ich glaub, irgendwo im Roten war das. Ähm, und, äh, ja, die nimmt dann praktisch alles, was durchkommt und macht da nochmal Strom draus. Mhm. Na, und dann hast du das so stufenweise gemacht, weil der Witz ist, der erste Teil, also die, die erste Solarzelle, ähm, die kann halt aus diesen sehr energiereichen Teilchen, pro Teilchen ziemlich viel Energie raus, äh, gewinnen, ne? Aber halt nicht aus, aus den Teilchen, die einfach nur durchfliegen. Logischerweise, weil fliegen ja durch. Ähm, und dann brauchst du halt noch irgendwas, dass, äh, mit denen, die da durchkommen, noch irgendwas anfangen kann. Und das ist dann halt die zweite Solarzelle. Und teilweise gibt's dann, gibt's das auch mit dreien und vier und so weiter. Äh, ist jetzt auch nicht alles, äh, unendlich effizient, aber, äh, man kommt dann schon auf deutlich über 30 Prozent und so. Äh, ich muss gestehen, ich hab mich noch nie so weit auseinandergesetzt mit der Technik, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt irgendwie alle Materialien kennen würde, so die wichtig, die, oder die wichtigsten auch nur. Äh, ich weiß, dass Silizium sehr beliebt ist, es gibt so Gallium Arsenid und so eine, diverse andere. Es kommen auch immer wieder mal ein paar neue, weil man, äh, immer noch nach Stoffen sucht, die sich leicht herstellen lassen. Äh, es gibt diese, diese Perscovid, äh, Solarzellen, was halt praktisch eine Art Farbstoff ist, äh, der halt trotzdem solche Eigenschaften hat. Ähm, von denen ich aber merkwürdigerweise in letzter Zeit sehr wenig gehört habe. Da war mal ein riesengroßer Hype um die Dinger, weil man gesagt hat, hey, das kann dann jeder zusammen, zu Hause zusammenpanschen, indem man, äh, irgendwelche Chemikalien zusammen mischt und da dann die Perscovid-Kristalle rauskommen. Äh, dazu wird es niemals kommen, weil das sind organische Bleiverbindungen und das will man echt nicht in der Küche machen oder so. Das ist ein bisschen arg giftig. Ähm, Ja, sollte man nicht machen. Ich glaube, das würde dich ja sonst nicht davon abhalten, irgendwas in der Küche zu machen. Bleivergiftung ist nicht lustig, du. Ja. Frag mal, also, frag mal Beethoven. Ja, das, das große Problem sind immer die, Wer war taub? Ja, der war das. Ich weiß auch nicht, ob das daran lag. Keine Ahnung. Ich glaube, es war, weil er halt ständig, die haben früher, glaube ich, Blei in ihren Wein gemischt, damit er süß war. Das war irgendwann mal in, in Rom beliebt, in kurzer Zeit zumindest, weil es gibt Bleiacetat. Also, wenn du, wenn du Blei praktisch in Essigsäure auflöst, dann kommt da Bleiacetat raus. Äh, glaube ich, kann auch sein, dass das noch so eine etwas komplexere Verbindung ist. Aber auf jeden Fall, die schmeckt süß. Ja. Äh, hast dann allerdings eine organische, eine metallorganische Verbindung und, äh, die werden ganz besonders gut vom Körper aufgenommen. Äh, soll heißen, das ist, äh, wirklich schlecht. Ähm, ich hab gehört, wir wollten eigentlich was anderes machen. Äh, über was anderes reden. Ja, also, wie gesagt, so funktioniert eine Solarzelle und, äh, die hat man praktisch seit den 60er Jahren, schon in den allerersten Satelliten drin gehabt. Also, Telstar, was der erste, äh, Nachrichtensatellit, äh, aller Zeiten war, wo dann auch ein, äh, was der erste und ich glaub, der einzige Satellit ist, äh, der einzige Nachrichtensatellit, über den ein Lied geschrieben wurde, äh, von den Tornados Telstar. Ähm, ja, seitdem hat man das halt benutzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die, äh, dass die ganze Entwicklung der Solarzellen ganz im Wesentlichen, äh, aus der Raumfahrt halt am Anfang zumindest kam. Also zumindest die, äh, die großen Anstrengungen, das besser zu machen. Ähm, das hat sich dann natürlich irgendwann geändert. Heutzutage, äh, spielt die Raumfahrt da, ich glaube, zumindest was den Massenmarkt an Solarzellen, die man irgendwie aufs Dach machen kann oder so, jetzt nicht mehr so die ganz große Rolle. Das sind auch andere, andere Techniken einfach. Weil, äh, auf der Erde ist es halt, ja, geht's halt einfach bloß um billig und, äh, in der Raumfahrt geht's dann teilweise auch um so, so Dinge wie, äh, Gewicht und Effizienz und so weiter. Also das, das hat sich ein bisschen auseinanderentwickelt. Ja, ähm, und wovon ich auch gesprochen hatte, man kann natürlich überlegen, äh, kann man nicht vielleicht das, das Spektrum irgendwie ändern? Ach so, ähm, weil ich weiß, dass wir nachher noch drauf zu, zu sprechen kommen werden, ähm, äh, das Spektrum, was man, also die, die unterschiedlichen Lichtteilchen, die, die von der Sonne kommen, äh, die entsprechen einem bestimmten Spektrum. und das entspricht weitgehend den sogenannten Schwarz, der sogenannten Schwarzkörperstrahlung. Und ich weiß, dass du jetzt weißt, was das ist. Naja. Sag mal, was du da verstanden hast. Ne, frisch mir nochmal meinen, meinen, ich hab's schon wieder vergessen. Also, ich weiß, dass Planck irgendwas damit zu tun hat, dass es schwarze Strahler gibt. Jo. Und, ähm, dass so idealisierte Strahler sind. Ja, also, du hast einen schwarzen Körper einfach bloß, irgendwas, schwarz angestrichen. Mhm. Ich meine gerade, egal, also, wenn du einfach bloß irgendeinen Körper hast, ne, ähm, im Einzelnen kann das dann nochmal ein bisschen ausdifferenziert werden und wenn du das dann im Detail anguckst, dann stimmt das alles nicht mehr völlig genau. Aber du nimmst einfach bloß irgendeinen Körper und heizt den auf und der fängt an zu glühen. Ne, Stück Grafit, Stück Kohlenstoff oder sonst irgendwas. ja. Ne, fängt einfach an zu glühen und, äh, dann, je nachdem, was für eine Temperatur du hast, äh, kommt dann unterschiedliches Licht, ne, und, äh, umso heißer es ist, umso mehr geht das dann halt, also, es kommt halt von Rotglut, dann zu Gelb, dann zu Weiß, ne, je nachdem, wie heiß das Ganze dann ist. Äh, das liegt einfach daran, wie, wie, das unser Auge wahrnimmt. Äh, was dann passiert ist halt, die, das ausgesendete Licht, umso heißer das wird, äh, verschiebt sich immer mehr in diesen blauen Bereich hinein, also in den Bereich, wo die Lichtteilchen mehr Energie haben. Aber es bleibt halt immer so eine komische Verteilung. Und die Verteilung, äh, die Verteilung bleibt immer ungefähr gleich, aber sie verschiebt sich halt immer mehr so in Richtung Blau. Und, äh, ja, es ist halt ziemlich schwer, dieser, dieser, Verteilung von, äh, von Lichtteilchen zu entkommen. Ähm, deswegen ist halt praktisch der, äh, die eine Methode, die man, die man benutzt, um, äh, möglichst viel Energie aus Solarzellen zu gewinnen, einfach nur, äh, halt mehrere Solarzellen zu benutzen, übereinander zu stapeln und dann, äh, mit verschiedenen Materialien, verschiedene, äh, Wellendenken von Licht auszunutzen. Theoretisch kann man das allerdings auch beeinflussen, weil, wie gesagt, das, die Sache mit dem schwarzen Körper ist halt wirklich eine Idealvorstellung und wenn man ziemlich viel Gehirnschmalz investiert, kann man sich jetzt überlegen, könnte man nicht irgendwie, äh, einen Körper mit einer Oberfläche konstruieren, den man aufheizt und der dann nach Möglichkeit bloß, also in einem möglichst engen Spektrum, also im möglichst engen Bereich, äh, das Licht raushaut, ne, die, die Wärmestrahlung irgendwie als, als ein Licht raushaut, das möglichst begrenzt ist. Und, äh, es gab da tatsächlich, äh, diverse Experimente und Konstruktionen, wo man, äh, mit Kohlenstoff-Nanoröhren und, äh, Mikrostrukturen auf der Oberfläche, äh, diverse Quanteneffekte ausgenutzt hat, äh, die dazu führen, dass, äh, praktisch bestimmte Wellenlängen nicht, äh, nicht abgegeben werden können von, äh, von dem Körper. Mhm. Äh, was wieder, also in Quantenphysik hat immer wieder was damit zu tun, dass ganz bestimmte Energieniveaus, plötzlich irgendwie nicht erreichbar sind, ne, und, äh, du kannst das tatsächlich machen, indem du einfach bloß sehr kleine Strukturen baust, äh, wo dann bestimmte Resonanzen irgendwie auftreten, in denen man dann, äh, die halt entsprechend, die bestimmten Energieniveaus entsprechen, wo dann plötzlich irgendwie nichts mehr, nichts mehr ausgesendet werden kann an Licht und, äh, so weiter. Das führt jetzt echt zu weit. Also kann man bauen, dass halt, wie gesagt, bestimmte, bestimmte Energien nicht ausgesendet werden und nach Möglichkeit, halt, äh, zum Beispiel alles unterhalb, also alles so im infraroten Bereich wird dann halt nicht mehr ausgesendet, ne, nur, nur noch alles, was da rüberkommt. Und dann kannst du dir überlegen, na ja, okay, äh, wir, wir haben da praktisch so eine harte Kante irgendwo bei, bei einer bestimmten, äh, bei einer bestimmten Energie. Wenn wir jetzt den Körper ein bisschen aufheizen, so dass die, so dass er halt irgendwie seine Energie aus, ausstrahlen muss, ähm, dann heizen wir dann aber nicht so weit auf, dass das irgendwie im blauen Bereich schon ist, sondern, äh, so, dass es halt so knapp über dieser Kante ist, dann hast du halt keine Schwarzkörperstrahlung mehr, sondern du hast halt einen relativ eng begrenzten Bereich, in dem dann plötzlich, äh, die, die Photonen auftauchen. Und deswegen kannst du dann auch plötzlich anfangen, äh, effizientere Solarzellen zu bauen. Die sind dann nicht wirklich effizienter, aber sie kriegen dann halt besseres Licht, um effizient, äh, arbeiten zu können. Ja. Aber um das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, also, so wie ich das verstanden habe, man nimmt ein Stück, äh, Halbleiter Metall, also, äh, am liebsten, äh, Silizium, hält das in die Sonne? Nicht unbedingt am liebsten, nicht unbedingt am liebsten, das ist einfach bloß eins davon, dass das eine Möglichkeit ist. Ja, okay. Und das ist das, womit man viel Erfahrung hat. Was ist denn das, was so am häufigsten bei so Solarzellen verbaut wird? Ist tatsächlich Silizium, einfach bloß, weil man von der ganzen Halbleiterindustrie jede Menge Abfälle hat, hatte, beziehungsweise halt, man, man kennt die, man kennt halt die Prozesse und, äh, ist alles relativ gut entwickelt, billig anzubauen, billig zu bauen im Vergleich und dann hat man halt einfach das genommen. Ja. Äh, man, und dann hält man das in die Sonne und dann, äh, entsteht elektrische Spannung. muss dann halt irgendwie so ein, so eine Art Transistor aufbauen, äh, nee, Blödsinn, äh, ähm, 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 so eine Art Diode, besser gesagt, aufbauen. Aber, äh, es geht jetzt alles zu weit, dass dann, das geht jetzt Richtung Rektor-Richtor-Richtor-Richtor-Nicht. der, der, die Funktion. Ja, also du kriegst dann halt eine Spannung raus, ähm, und die, die Spannung entspricht dann halt praktisch, die entspricht tatsächlich dann der Energie, die, die einzelnen Teilchen haben. Okay. Und, äh, das packt man dann auf so eine große Palette, dann hat man eine Solarzelle. Ja, äh, hat oben, hat oben einen elektrisch leitenden Kontakt und unten einen elektrisch leitenden Kontakt. Ähm, diese elektrisch leitenden Kontakte, gerade der obere, äh, der muss natürlich durchsichtig sein, da gibt's dann irgendwie, äh, irgendwas mit Indium. Also es gibt eine, es gibt so diverse, äh, durchsichtige, äh, durchsichtige, äh, Leiter. Weil du hast das Zeug auch zum Beispiel in deinem Fernsehen, äh, Indium, Indium, Indium-Zin-Oxid. Das hast du zum Beispiel in jedem, in jedem Display zum Beispiel. Also, äh, also die, die, die ganze LCD-Technik, äh, ist sehr verwandt mit, äh, mit der Solarzell-Technik. Teilweise. Ähm, teilweise werden auch, wurden auch, glaube ich, Solarzellen direkt, äh, gebaut aus den, äh, aus irgendwelchen Fernseh-Displays, oder zumindest mit ähnlichen Anlagen. Weil man halt einfach schon die, ja, ne, also du, du nimmst halt die Anlage und baust dann halt kein, kein LCD-Display unter deine Glasscheibe, sondern halt eine Solarzelle. Aber elektrisch leitende Kontakte brauchst du trotzdem. Und, äh, das sind ähnliche Prozesse und dann kann man das irgendwie alles sehr gut anwenden. Okay. Ähm, wer hat das eigentlich herausgefunden? Oder, wie wurde das entdeckt? Oh, also entdeckt wurde das, ähm, die ganze Quantennatur des Lichts geht natürlich auf Einstein zurück. Ne, der hatte ja, der hat dafür tatsächlich seinen Nobelpreis gekriegt. Ähm, nicht irgendwie für Relativitätstheorie oder so, sondern, äh, tatsächlich dafür, dass er, dass er praktisch bewiesen hat, dass, äh, Licht aus Teilchen besteht, die immer nur eine bestimmte Energie haben und, äh, die ihre Energie auch immer bloß, äh, äh, das, äh, der hat dann halt so ein, so ein komisches Experiment erklärt, den photoelektrischen Effekt, bei dem halt Licht auf eine Oberfläche, auf eine Metalloberfläche geschienen wurde. Und, ähm, man hat halt beobachtet, dass überhaupt keine Elektronen rauskommen, äh, wenn, äh, die Lichtteilchen praktisch zu wenig Energie haben. Also, man wusste noch nicht, dass das Licht keine, nicht aus Teilchen besteht, aber man hat halt bestimmtes Licht genommen, ne, je nachdem nach Farbe geordnet, so im Spektrum, und hat halt mitgekriegt, was weiß ich, im Rot, wenn mal rotes Licht drauf scheint, dann, äh, ja, passiert nichts. Äh, wenn man gelbes Licht drauf scheint, dann kommen Elektronen raus und dann kann man plötzlich, äh, Strom dazwischen leiten, also man hat halt so eine, ähm, du hast da praktisch so eine Vakuumröhre oder was in die Richtung, ne, du hast halt ein Vakuum, hast unten eine Metallplatte, auf die scheinst du Licht und oberhalb von der Metallplatte hast du irgendwie ein Stück Metall, Stück Leiterschleife oder so, ähm, wo dann einzelne Elektronen drauf treffen können und, äh, wenn du dann in der Spannung zwischen der Platte und der Leiterschleife, die oben drüber schwebt, sozusagen, äh, anlegst, dann wird, dann leitet das Ding plötzlich Strom, ne, und, äh, außerdem hat man festgestellt, äh, äh, je nachdem, wie viel, äh, je nachdem, wie viel Energie das Licht hat, also umso mehr das dann in Richtung grün und blau geht, ähm, umso mehr Spannung kannst du dazwischen ein, äh, anlegen und es leitet trotzdem noch Strom und, äh, lange Rede, kurzer Sinn, was hat man festgestellt? Man hat festgestellt, ähm, es braucht eine bestimmte Menge an Energie, um so einen Elektronen aus der Oberfläche von dem Metall rauszuhauen und, äh, das ist die Energie, die dann halt verloren geht, ne, und wenn man nicht genug Energie hat, dann bleiben die halt drin. Wenn man genug Energie hat und noch ein bisschen überschüssige Energie hat, dann fliegen die aus der Oberfläche raus, äh, und kommen dann irgendwann in Kontakt mit dieser, mit dieser Leiterschleife. und, äh, umso, umso mehr, äh, umso mehr das in Richtung blau geht, umso größer, umso größer kann man die Spannung wählen, die dazwischen ist und die kommen immer noch an, weil eigentlich werden die abgestoßen von der, von der, äh, Leiterschleife, aber umso mehr, umso mehr das in Richtung blau geht, umso mehr Energie haben offensichtlich diese Elektronen, um dieses Hindernis, durch, das durch die Spannung kommt, äh, überwinden zu können und auf die Art und Weise hat man dann einfach festgestellt, okay, ja, Licht muss offensichtlich aus Teilchen bestehen, die eine bestimmte Energie haben und offensichtlich, äh, wird die Energie immer nur so, so spruchstückweise, äh, abgegeben, einmal an die, halt an die Elektronen, die dann halt einfach einen Teil der Energie in der, äh, beim Verlassen der, der Metalloberfläche verlieren. Also, das war so, das waren so die Anfänge und dann, äh, hat man irgendwann angefangen, die Halbleite, äh, Halbleitetechnik halt zu entwickeln und das war dann halt so, ja, ich weiß nicht, irgendwann in 30er Jahren wurde der erste Transistor entdeckt und so weiter. Ich hab, ich hab nicht nachgeguckt, was die genaue, äh, was die genaue Entwicklung war. Ja. Aber in 60er Jahren, also die allerersten Satelliten hatten halt tatsächlich schon die ersten, äh, die ersten Solarzellen. Die waren damals noch lange nicht so effizient wie heute. Die waren auch sehr, sehr klein. Aber sie waren schon dabei. Okay. Also nochmal ganz kurz zu, zu den Solarzellen. Ich würde das gerne nochmal so ein bisschen, äh, zusammenfassen. Okay, kannst du machen. Also, wir wissen jetzt, du hast, äh, erst darüber geredet, also wir haben ja, das ist ja schon hier fast ein Teil einer Reihe über Stromversorgung von Raumschiffen. Ja. Und, ähm, es gibt im Grunde diese zwei Möglichkeiten. Entweder man packt irgendwas, äh, strahlendos rein, oder man nimmt sich halt die Strahlung von der Sonne. Also man, man nimmt einfach bloß die Hitze oder man nimmt halt, äh, wirklich die, die einzelnen Lichtteilchen. Ne? Ja, aber es gibt ja kein, kein Raumschiff, was zur Zeit mit Sonnenhitze angetrieben wird. Kein Dampfraumschiff. Äh, es gibt immer mal so Pläne, aber ich glaube, es gibt zur Zeit keins. Ja. Aber. Außer halt, ne, was den Wärmebedarf angeht, ne, da ist man natürlich immer dabei. Also, äh, klar, so eine, es geht hauptsächlich um die Batterien, die eine gewisse Wärme brauchen, um zu überleben. Genau. Was dann halt manchmal ein Problem ist, so bei Filet und so. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, es geht halt immer um Strahlung, entweder man nimmt sich die Strahlung mit oder man holt sie sich aus dem Weltraum. Äh, wenn man es jetzt, äh, ganz, ganz grob vereinfacht, ja. Ja, also Photonen sind ja auch irgendwie Strahlung, also strahlen ja Photonen ab. Ja, ja, äh, ja, okay. Oder. Lassen wir mal so stehen. Die Diskussion machen wir irgendwann. Und bei, bei Solarzellen wird halt einfach, äh, ein Halbleiter genommen, äh, hauptsächlich Silizium. Ähm, der wird an zwei Kontakte gepackt und dann scheint die Sonne drauf und die Photonen in diesem Sonnenlicht kicken, äh, die freien Elektronen, die halt so rumliegen, äh, eine gewisse Energiestufe hoch und wenn sie dann eine gewisse Energiemasse, Energiemasse ist falsch, glaube ich, aber eine gewisse Energie erreicht haben, dann, Energieniveau, ja, dann kommen sie auf so eine Art, wie nennt sie das, Leiterbahn, Leiter, äh, Leiterband, Leiterband, Leitungsband. Ja, und dann, äh, wie das halt bei elektrischem Strom funktioniert, kicken sie sich halt gegenseitig immer weiter und dadurch entsteht ein elektrischer Fluss. Ähm, naja, nee, du hast, äh, äh, die, die Spannung entsteht halt dadurch, dass die aus diesem Leitungsband wieder zurückfallen auf die unteren, auf die unteren Stufen. Also sie geben ihre Energie ab und fallen wieder auf die unteren Stufen zurück. Genau, ja. Ah, okay. Und das ist halt, äh, das ist halt der Grund, warum du, äh, warum du halt nur genau diese Energie halt zurückbekommst, ne? Und alles, was darüber hinausgeht, das geht halt verloren. Okay. Das, da, da, das spiegelt sich dann in Wärme wieder. Genau. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel aus einem Diamanten irgendwie, äh, eine Solarzelle bauen würdest, dann, äh, kriegst du nur einen ganz, ganz kleinen Teil von extrem Ultraviolettdicht, aus dem du dann irgendwie Strom machen könntest und das bringt halt nix, weil so viel ist davon nicht da. Da hat zwar jedes Lichtteilchen sehr, sehr viel Energie, aber du hast nicht sehr viele Lichtteilchen davon. Aber ich glaube, so kann man sich das wirklich sehr gut vorstellen. So ein Elektron, was Energie mitbekommt, das eine Treppe hochträgt, das dort ablegt und wieder runterfällt. Jo. Ja, das ist doch eine schöne, 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 schöne Visualisierung. Dafür, dass mir dieses Modell, äh, in dem Moment eingefallen ist, wo ich's gesagt habe, äh, ist das tatsächlich gar nicht mal übel. Also, wenn er, wenn er mal, wenn er mal, irgendwas über Solarzellen schreibt, nennt das das bitte, das, äh, Pfeiffer, Wunderlich-Pfeiffer-Treppenmodell. Ja, hat bestimmt schon mal jemand anderes irgendwie benutzt, aber irgendwie in dem Moment fiel mir nichts anderes ein, um das, äh, visuell irgendwie sagen zu können, weil normalerweise hat man sowas immer bloß in irgendwelchen Lehrbüchern drin und da ist natürlich dann mit Skizze und allem Möglichen. Und jetzt soll ich das in Worten ausdrücken, das ist alles etwas schwieriger, als man sich das so vorstellt. Ich meine, wir machen das jetzt seit zwei Jahren, aber, äh, an manchen Stellen kommt man echt an seine Grenzen. Ja, aber, also, kann man ein bisschen transparent sein. Das ist die zweite, zweite Aufnahmeversuch, den wir hier starten, weil beim ersten Mal der Frank einfach nicht, noch nicht so fit war, ähm, um das euch zu erklären. Ich hoffe, ich hoffe, dass ihr auch das zu wertschätzen wisst, dass, äh, welche Mühe sich hier der Frank macht, äh, euch, äh, die Grundlagen der Raumfahrt näher zu bringen. Nächstes Mal geht's dann um indische Raumfahrt, hast du schon versprochen. Genau, ja, äh, ich, ich weiß gar nicht, ist die GSLV jetzt, äh, ja, ich hab's nebenher heimlich geschaut, ähm, ist gestartet erfolgreich. Oh, sie ist, sie ist gestartet, sehr schön, ich hab's gar nicht mitgekriegt, ah, sehr schön. Ja. Hey, toll. Ähm, hat alles geklappt? Ja, soweit ich, soweit ich das mitbekommen hab, äh, gab's keine Probleme. Ja, cool. Hey, toll. Äh, ich hab's echt nicht mehr mitgekriegt, weil ich hatte mich auf die Sendung vorbereiten, ich bin etwas spät aufgestanden. Und, äh, ja, hey, super. Genau. Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Sieht auch gar nicht mal, sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Ja, echt toll, ja. So ein bisschen wie so eine Ariane 6, äh, 5. Ja, ist ja auch fast so schwer. Ich kann bloß nicht so viel tragen, weil es nicht so effizient. Okay. Ähm, jetzt haben wir dadurch, Ja, machen wir, machen wir das nächste, machen wir das nächste Mal. Äh, ich freu mich jetzt schon drauf. Ja, sehr schön. Äh, und jetzt haben wir dadurch, dass wir hier quasi diesen Teil der Sendung später aufzeichnen, als den Teil, der jetzt gleich danach kommt, ähm, haben wir jetzt noch ein anderes Thema, was jetzt quasi ganz spontan reingekommen ist und was ich noch unbedingt reinnehmen wollte. Ähm, also, äh, wer das nicht kennt, es gibt das sogenannte Wow-Signal, das, äh, am 15. August 1977, vom Big Ear Telescope an der Ohio State Universität aufgeschnappt wurde. Ähm, das Teleskop hat, ähm, das, hat, war auf das Sternbild des Schützen ausgerichtet und wurde für, äh, Untersuchungen für das SETI-Projekt, also für das, äh, Projekt, was nach außerirdischem Leben sucht, benutzt. Und, ähm, das Signal war auf einer Frequenz von 1420,46 Megahertz, ähm, auf einer sehr geringen Bandbreite von knapp 10 Kilohertz, was, äh, so wirklich am unteren Bereich ist, was, äh, das Big Ear Teleskop quasi differenzieren konnte. Also war im Grunde ein Datenpunkt, äh, bei dieser Frequenzmessung. Ähm, und, äh, das ist, äh, eine ganz bestimmte Frequenz, die man, auf die man sich so geeinigt hatte, dass man da nach außerirdischen Signalen sucht und ich, ich weiß immer noch nicht wieso, weil ich hab mich das selber immer gefragt, weil das ist die, äh, das ist die Frequenz, die neutraler Wasserstoff, also einfaches Wasserstoffgas, äh, äh, von alleine aussenden kann. Irgendwie da ist eine ganz bestimmte Anregung, bei der dann halt, äh, genau diese Frequenz rauskommt. Auch wieder so ein komischer Quanteneffekt. Ja, es geht irgendwie um Übergänge in der Hyperfeinstruktur. Genau. Ähm, ja, also, ich hab mich immer gefragt, wieso macht man das, wo man doch sowieso weiß, dass genau in diesem Bereich, äh, dann auch normaler Wasserstoff, was so ziemlich das Häufigste ist, was es im Weltall gibt, äh, äh, sowieso stört. Ich hab das irgendwie nie kapiert. Naja, also, genau deswegen, weil es halt der häufigste, das häufigste Element ist, und daher auch, äh, allen, äh, zivilisierten Kulturen bekannt sein sollte. Ja, das macht's ja auch als, zu einem guten Maßstab an sich, ne, äh, äh, die, die Pioneer-Plakette benutzt, äh, genau diese, diese Frequenz, äh, um, äh, über die Lichtgeschwindigkeit, äh, einen Maßstab zu bauen, weil, äh, diese 1,4 Megahertz, äh, äh, sorgen dafür, dass man, also man, man hat halt eine bestimmte Wellenlänge im Bereich von, ich weiß nicht, 1,5 Zentimeter oder sowas. 21 Zentimeter im Vakuum. 21 Zentimeter, okay, ja. Also die, die Frau auf der, äh, auf der Voyager-2-Plakette ist, genau 21 Zentimeter groß. Das war, äh, weil halt diese Frequenzlänge. Okay, ja. Und, okay. Genau, und, und, das Signal wurde halt erfasst und, ähm, der, der Forscher, der quasi sich diesen Ausdruck angeschaut hat, hat halt diesen Frequenzmessung eingekreist und Wow daneben geschrieben. Ähm, und daher kommt halt der Name Wow-Signal, äh, weil das halt, äh, ja, schon sehr stark danach aussah, als würde hier, ähm, eine außerirdische Kultur mit uns Kontakt aufnehmen wollten, weil es halt, ähm, genau diese Frequenz von, äh, neutralem Wasserstoff war und halt in diesem Extrem, äh, in dieser extrem geringen Bandbreite gesendet wurde. Also ein sehr spezifisches Signal. Ähm, es war 30 Mal höher als das normale Hintergrundrauschen, äh, des Universums, also schon ein ziemlich starkes Signal. Ähm, und man wusste, das kam damals, ich, ich finde das immer noch lustig, äh, das hat man ja irgendwie so mit einem Teletype ausgedruckt, also so ein, so ein Typenrat, aus dem normalerweise so, so Tickermeldungen kommen, oder was in der Richtung, äh, äh, und hat das dann mit Zahlen gemacht und, äh, wenn irgendwann gingen die Zahlen aus, also man hat immer bloß eine, eine Zahl genommen, um einen Messwert zu repräsentieren, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ne, und, äh, irgendwann gingen dann die, äh, äh, gingen praktisch die Zahlen aus und dann hat man angefangen, Buchstaben zu nehmen und dann ist denen fast noch das Alphabet ausgegangen. Also, okay, kann ich verstehen, dass man dann irgendwie ein bisschen aufgeregt ist. Genau, ähm, deswegen also das, das Signal, das wird immer mit, sechs, e, q, u, j, fünf kodiert, ähm, und das ist halt, weil, also sechs ist dann quasi eine Frequenzstufe, dann e, das ist, äh, 14, also, äh, es geht dann halt eins, eins bis neun und dann fängt es halt wieder bei a an und, ähm, u war dann der höchste Punkt bei etwa 31 und dann geht es halt wieder runter auf j, dann wieder auf fünf und dann ist das Signal auch vorbei, das war 72 Sekunden lang, also in dem Fenster von 72 Sekunden war halt dieser Frequenzsprung. Ja, was ich nicht wusste war, und das steht ja auch in dem Paper drin, äh, zu der Zeit war dort an der Stelle ein Komet unterwegs. Genau, und das wollte ich jetzt nämlich gerade erklären, das haben wir noch gar nicht gesagt, es gibt jetzt seit heute, also es wurde wirklich heute am 5. Juni veröffentlicht, ein Paper, der, äh, wo muss ich jetzt schauen, welche Universität das war, das, das Center für Planetary Science, ich weiß gar nicht, wo das angesiedelt ist, ich glaube auch in Ohio, da gab es einen, ähm, Forscher namens Dr. Anthony Paris, der, ähm, eine Hypothese hatte, nämlich, dass ein gewisser Komet, nämlich 266p Christensen, der genau zu dem Zeitpunkt, als das, äh, Wow-Signal an dieser Koordinate aufgezeichnet wurde, genau dort durchflog. Und, ähm, der, äh, Dr. Paris hatte halt die, ähm, die Hypothese, dass dieser Komet, beziehungsweise die Wasserstoffwolke um diesen Kometen herum, diese Frequenz einfach aufgezeichnet hat, äh, ausgestrahlt hat. Mhm. Und, ähm, hat er diese Hypothese schon vor einem guten Jahr aufgestellt und, äh, hat jetzt halt einfach, äh, im letzten November, hat er diese Untersuchung angefangen mit einem 10 Meter Radioteleskop hat er zwischen dem, äh, kurz, ich hab's mir aufgeschrieben, zwischen dem 27. November 2016 und dem 24. Februar 2017 200 Beobachtungen, ähm, gemacht, um halt diese Hypothese zu belegen. Mhm. Was denn im Paper nicht steht, äh, das ist ein sehr kurzperiodiger, äh, Komet. Also der kommt alle 6,6 Jahre, wieder vorbei, so heißen, der muss irgendwie ins innere Sonnensystem gekommen sein und, äh, zieht dort jetzt sehr kurzzeitig immer seine Kreise, also der, der, äh, kommt fast so schnell um die Sonne rum wie der Jupiter. Kommt dem bloß, äh, kommt der Sonne bloß nochmal deutlich näher? Ich weiß gar nicht, was das, äh, ah, hier, genau. Äh, am nächsten sind's, glaube ich, 2,3, äh, astronomische Einheiten. Also, der fliegt so, das ist sehr merkwürdig, ist fast schon, das ist irgendwie sehr, sehr wenig exzentrisch für den Kometen. Naja. Jetzt lass mich mal kurz weiter erklären. Ja, sorry. Ähm, und, ähm, genau, also zwischen dem 27. November und, äh, 24. Februar, der Komet flog zwischen dem 20. und 28. Januar durch diese Wow-Signalkoordinaten durch. Also, wie gesagt, im Sternbild des Schützen sind die, äh, sind die, sind diese Koordinaten und man hat dann gewisse Messungen gemacht. Also, man hat einmal, ähm, die, die, äh, galaktische Ebene, also die, äh, man weiß ja, dass, dass die, dass die Mischstraße auf einer Ebene liegt und man hat quasi diese Ebene in der Nähe dieses Wow-Signals gemessen. Dann hat man, äh, eine gewisse Galaxie, die, äh, Zygnus A-Galaxie gemessen. Dann hat man eine Messung in der Sonne gemacht. Dann hat man, ähm, eine Messung des Kometen gemacht, ähm, als er noch nicht genau in den Wow-Signal, äh, also in diesen Wow-Signalkoordinaten war, dann außerhalb. Dann ein, äh, der Koordinaten, als der, äh, Komet schon durch war und, ähm, dann nochmal Messungen von drei, äh, zufällig ausgewählten anderen Kometen, um herauszufinden, ob andere Kometen auch diese Frequenz aussenden. Also viele verschiedene Messungen, um genau zu bestimmen, ob dieser Komet für die, für die Frequenz verantwortlich war. Und die Antwort ist, ja, war er. Also sie haben gesehen, wenn der Komet, durch, während der Komet durch diese, äh, Koordinaten flog, hatten sie diese Frequenz gemessen, als der Komet durchgeflogen ist und sie immer noch die gleichen Koordinaten gemessen haben, war diese Frequenz weg. Ähm, was bedeutet, dass dieser Komet für die Frequenz verantwortlich war? Ähm, sie haben dann auch diese drei anderen Kometen, das war, ähm, P2013 EW90 P2016 J1A und 237 P, äh, linear gemessen. Das haben sie einfach zufällig ausgewählt, damit sie da auch irgendwie keine bestimmten Kometen wählen. Und auch alle drei hatten quasi diese Frequenz von 1420, Komma, ich glaube, diesmal waren es, äh, 2,5 Megahertz. Also etwa in dem Bereich von diesem neutralen Wasserstoff. Was nebenbei gesagt nicht so unendlich überraschend ist, weil, äh, Kometen bestehen zum großen Teil aus Wasser und Wasser besteht zu einem großen Teil aus Wasserstoff. Ja. Genau. Und in dem Paper wird dann halt ganz lang aufgeschlüsselt, wie sie die Frequenz gemessen haben. Also alles sehr ordentlich, Methoden erklärt, ähm, auch dann quasi die Gegenprobe gemacht. Also wie, sie sind davon ausgegangen, dass, äh, 266 P Christensen nicht dafür verantwortlich war, haben dann Messungen gemacht, aber dann war das Signal halt einfach weg. Und, äh, von dem her können sie ziemlich genau bestimmen, damit das halt dieser Komet für das Signal verantwortlich war. Und, ähm, ja, das ist halt schon eine ziemlich große Entdeckung, weil das halt nach 40 Jahren die Quelle für das Wow-Signal ziemlich genau bestimmt. Jo. Und, äh, ja, echt schön zu wissen. Also, äh, wie gesagt, ich wusste noch nicht mal, dass da ein Komet zu der Zeit dort unterwegs war, was eigentlich, äh, ja, ne, was eigentlich so, so das Ding ist, was man schon längst mal hätte sagen sollen. Vielleicht war ich da nicht aufmerksam genug, aber. Ähm, ich schau mal, gerade, wann der Komet entdeckt wurde. Erste Beobachtung war 2006. Okay, kann sein, dass der einfach bloß dort war und die nicht wussten, dass er dort war. Das, äh, ist dann natürlich, äh, tatsächlich eine gute Erklärung, dass man davon noch nie was gehört hat. Ähm, auf jeden Fall ist das ja ziemlich genau bestimmt. Ist ein peer, äh, peer-reviewtes Paper, also auch alles ganz ordentlich, äh, überprüft. Ähm, und, äh, ja, ist auch schön zu sehen, wie Wissenschaft funktioniert. Ich hab eine Hypothese, ich mach meine Messungen, versuch auch mal, meine eigene Hypothese zu widerlegen, um zu schauen, ob sie, ob sie auch tatsächlich stimmt, indem man mal das Gegenteil annimmt. Und, ähm, dann macht man ein Paper und dann weiß man das auch. Ja, müsste jetzt nur noch wiederholt werden mit, äh, irgendwie einem, einem Teleskop, das ein bisschen größer ist, das dann tatsächlich ein bessere, ein besseres, äh, äh, Signal-Rausch-Verhältnis hat. Genau. Ähm, das dem entspricht, was man damals benutzt hatte, weil die haben jetzt irgendein 10-Meter-Teleskop benutzt und, äh, damals hatte man ein größeres Teleskop gehabt und man geht davon aus, dass man deswegen, äh, halt ein relativ, ein vergleichsweise schwaches Signal nur beobachtet hat. Genau. Was, was logisch ist. Also, die Frequenzmessung lag jetzt bei 1420,25 Megahertz und die Originalfrequenz und die Originalfrequenz war ja bei 1420. es geht mir gar nicht um die, um die Frequenz, geht um die Signalstärke. Ach so. Ja, also der Paris geht davon aus, erstens, weil es halt ein größeres Teleskop damals war, aber auch, dass der, dass der Komet einfach in den letzten 40 Jahren an Masse verloren hat. Ja, weil, wie gesagt, es ist ein sehr kurzperiodischer Komet, äh, der alle sechs Jahre, sechseinhalb Jahre um die Sonne ringsrum fliegt, äh, was so viel heißt, wie irgendwann ist der weg oder nur noch Krümel übrig. Ja, kann man froh sein, dass man das davor bestimmt hat. Ja. Und damit, äh, ist das Mysterium, glaube ich, geklärt. Ja. Das ist, also, das heißt schon enttäuschend, aber, naja, irgendwann muss es ja. Genau, also, es steht da, und in der, die Wikipedia hat noch nicht, also, die brauchen noch ein bisschen, bis sie das wieder reingeschrieben haben. In der Wikipedia steht es noch, das neue Paper noch nicht drin, steht halt immer noch drin, dass das, ähm, dass bis heute, äh, eindeutigste Signal für mögliches außerirdisches Leben wäre, was es jetzt offensichtlich nicht ist, äh, sind einfach Kometen. Nö, das ist eine, ist einfach eine, ist eine sehr gute Erklärung, ich sehe nicht viel, was da, was da jetzt dagegen spricht, weil man hat es ja nun wirklich, wirklich sehr gut, äh, äh, nachgebaut. Ja, man, man, man hat auch noch mal vermutet, was war es hier genau, dass es inter, äh, interstellare Oszillationen von, ähm, schwacheren durchgehenden Signalen war, also, dass da was geflackert hat, sehr große Pulsare wurden noch angenommen, ähm, also, es gab da viele verschiedene Erklärungen, aber so ein Komet mit so einer Wasserstoffwolke ist doch die, sehr einleuchtend. Ja, also, ist jetzt keine Wasserstoffwolke, es ist schon Wasser im Wesentlichen, aber ein Teil davon wird natürlich, äh, so von UV-Strahlung und Ähnlichem, äh, immer wieder aufgespalten, äh, gibt auch Sonnenwind, sonst was, ähm, so, dass du dann halt am Ende trotzdem, äh, reinen Wasserstoff teilweise hast, auch neutralen, reinen Wasserstoff. Genau. Okay, so, jetzt geht es hier weiter in der Sendung, aber dadurch, dass wir quasi den nachfolgenden Teil schon am Samstag aufgezeichnet haben, ist das jetzt so ein ganz, ganz kurz komischer Übergang, äh, was haben wir da, ich glaube, weiter geht es jetzt mit, ähm, den Juno Papern. Ja, kann sehr gut sein. Genau. Also, ich hoffe, dass, dass das jetzt nicht zu komisch ist, aber wir geben jetzt, äh, zurück an Vergangenheits Christopher und Vergangenheits Frank. Jo. Gut, dann, ähm, von, von Sonnenschein, äh, zur Sonne selber. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie man die Sonne benutzen kann, um Strom zu machen, aber was ist eigentlich mit der Sonne selber? Wie funktioniert die? Warum, warum leuchtet sie? Nein, ähm, also das wissen wir schon, aber, ähm, es gibt noch viele offene Fragen. Und, ähm, es wird 2018 eine neue große Mission geben, die die Sonne untersuchen soll. Genau genommen, die Atmosphäre der Sonne, äh, die man auch Corona nennt, weil es ja nicht so wirklich eine richtige Atmosphäre, die die Sonne hat, aber halt ein, 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 ein Gebilde um die Sonne herum, was nicht die Sonne selber ist. Und, ähm, da gibt es eine, eine Mission, die hieß früher Solar Probe Plus, ähm, ähm, und wurde jetzt, ähm, am letzten Mittwoch umbenannt in Parker Solar Probe. Ähm, und zwar wurde sie benannt nach dem, ähm, Wissenschaftler Eugene Parker, der, ähm, vor, ja, wie viel waren es, äh, 60 Jahren, ähm, die Sonnenwinde entdeckt hat. Also es gibt ja, ähm, ähm, ich sollte nicht mehr so viele englische Begriffe verwenden, wurde mir gesagt, ähm, Supersonic Solar Winds, äh, also, ähm, überschall, überschallschnelle, äh, Solarwindel. Ähm, und er hat sich weniger entdeckt als vielmehr bewiesen. Also er hat, er hatte, hat auch eine Rede darüber gehalten bei der Ernennung und hat erklärt, er so mit drei Zeilen Algebra, hat er so ein bisschen so das berechnet und es macht eigentlich, eigentlich, einfach Sinn, dass da, dass es, äh, überschallschnelle Solarwindel gibt. Und, ähm, ja, seine Theorie wurde auch erst abgelehnt. Ähm, er wurde, ähm, ähm, ja, also das Paper, was er da eingereicht hatte, das wurde von den beiden Reviewern abgelehnt. Ähm, und erst, äh, ähm, vom, ich glaub, von dem, von der, von dem Chefredakteur dieser Zeitung, der hat einfach diese Review überstimmt und deswegen wurde das erst veröffentlicht. und, ähm, dann spätere, ja, Sonden, zu Sonnenuntersuchungen haben wir dann einfach, äh, in allen seinen Punkten bestätigt. Also hat das halt vorausgesagt und es war halt wie bei Einstein, bis jetzt hat, wurde keine seiner Theorien widerlegt. Ähm, hat auch, ähm, die Parker Spiral vorausgesagt, also, ähm, wie sich die, das Magnetfeld der Sonne im äußeren Sonnensystem verhält und das bildet halt wie so ein, man hat, man kann es vergleichen mit so einem Rock von so einer Ballerina, also es bildet so Wellen, weil sich die, äh, das Magnetfeld nach einer gewissen Entfernung einfach wieder umdreht und dann wieder umdreht. Also es geht halt mal hoch, mal runter, weil halt, ähm, äh, ja, also wer das vielleicht weiß, äh, das Magnetfeld der Sonne, das dreht sich halt. Also das ist nicht fest wie bei der Erde, es gibt kein Süd und kein, es gibt kein Fest im Süd und Nordpol, sondern dadurch, dass halt so viel, äh, Kernfusion dort stattfindet, äh, dreht sich das halt wild hin und her und deswegen gibt es so eine Art Spirale. Nee, noch nicht mal so wild, äh, es tut es einfach alle elf Jahre. Genau. Alle elf Jahre wechselt das. Also ich denke mal, für ein Magnetfeld ist das schon recht wild. Also, stell dir vor, alle elf Jahre wird sich das Magnetfeld der Erde umdrehen. Ja, äh, vor allen Dingen, die Sonne ist noch mal verdammt viel größer als die Erde. Genau. Äh, dritte Sache, die ich vorausgesagt habe, ähm, es gibt sogenannte Nano-Flares, also es gibt ja so, Sonnen, sind das Sonnenflecken, ist das die richtige Übersetzung? Ähm, nee, es ist sogar das Gegenteil von Sonnenflecken. Also so wie so ein, es gibt so dunkle Flecken, das sind die Sonnenflecken, die sieht man, äh, auf der Sonne, wenn man da entweder mit einem, so passenden Sonnenfilter ein Teleskop drauf richtet, oder wenn man ein Teleskop drauf richtet und nicht durchs Okular durchguckt, sondern stattdessen einfach bloß das Licht anguckt, dass das, äh, dass das Okular so, äh, raus, äh, äh, ja, was aus dem Okular rauskommt, indem man einfach einen Schirm dahinter stellt, äh, weil so ein, so ein Teleskop kann man, ja, ist letztendlich nichts anderes als ein, äh, als ein Kameraobjektiv und kann man genauso benutzen und einfach ein Bild projizieren. Und, äh, damit kann man dann auch diese Sonnenflecken sehen, das sind die dunklen. Und dann gibt's aber noch so längere, hellere Bereiche und das sind diese, äh, ja, diese Flares, äh, ja, also Bereiche, die besonders heiß sind. Genau. Also es gibt etwas kältere Bereiche und etwas heißere Bereiche. Ähm. Und, äh, witzigerweise, die einen treten immer nur zusammen mit den anderen auf. Also, äh, die Tatsache, dass ein paar Bereiche von der, von der Sonne dunkel sind, heißt auch, dass ein paar Bereiche davon heller sind. Und, äh, das geht damit einher, dass man tatsächlich mehr UV-Strahlung hat auf der Sonne. Mhm. Und, ähm, sind das dann die, diese Sonnenstürme, also die mal so ein bisschen den Funk stören? Äh, die gehen davon auch aus. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht, also es gibt, äh, es gibt im Zusammenhang damit dann auch immer wieder Ausbrüche von, äh, irgendwelchen Teilchen von der Sonne. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ähm, äh, es hängt immer zusammen mit den, mit den Magnetfeldern, die dort, äh, die dort herrschen, weil, äh, die Magnetfelder können, äh, unter anderem den Fluss von diesem Sonnenplasma an die Oberfläche verhindern. Das sind die dunklen Flecken. Ähm, aber sie können halt auch, äh, einen Teil von dem Plasma beschleunigen und raushauen und das sind dann halt die Sonnenstürme. Okay. Ja, also, äh, es soll auch gar nicht darum gehen, sondern einfach, was ich sagen wollte, dieser Eugene Parker hat auch vorausgesagt, dass die Corona der Sonne, also die Atmosphäre, ähm, sogenannte, ähm, Mini-Flares hat, also Mini-Leuchten, ähm, ähm, äh, die diese Corona, ähm, erhellen. Und, ähm, ja, hat auch dann, jetzt glaube ich, so sein letztes Steckenpferd, ich glaube, der ist halt schon, der ist jetzt gerade 90 geworden, ich glaube, der ist schon weit, äh, emeritiert, aber so sein letztes Ding war halt, dass er sich ganz viel mit Strahlung, äh, bei längeren Besatz, äh, menschlichen Raumflügen beschäftigt hat und das halt erforscht hat und, äh, viele Bücher darüber geschrieben hat, dass das schon gefährlich ist und dass man das im Auge behalten sollte. Ähm, genau, und der wurde jetzt quasi dadurch geahnt, dass diese Solarprobe, Solarsonde, nach ihm benannt wurde, das erste Mal in der Geschichte der NASA und ich glaube auch generell in der Geschichte der Raumfahrt, dass eine, eine Raumsonde nach einem noch lebenden Menschen benannt wurde. Ähm, ich denke mal, das ist, Naja, das letzte Mal, als jemand eine Rakete nach einem noch, noch lebenden Menschen benannt hat, ging das nicht sehr lange gut. Was waren das? Na, die New Glenn. Stimmt. Das war drei Monate, bevor er gestorben ist. Ja, äh, oder so. Genau, also ich denke mal in der Geschichte der NASA, ähm, und, äh, ich denke mal, dass, äh, sie vielleicht doch drauf, also es klingt ein bisschen zynisch, aber vielleicht drauf gehofft haben, dass er noch stirbt, äh, und ich glaube so, jetzt auf den letzten Rückgang mussten sie jetzt doch noch die Sonne nach ihm benennen, als er noch lebt, weil das halt, glaube ich, keine Ahnung. Naja, verdient hat er es ja unabhängig. Ja, also es ist halt, es gibt halt kein Ahnung. Oder nicht. Genau, also er ist halt, so oft fliegen die, er hat das halt alles entdeckt, er hat das, also er war halt der, der das alles gesagt hat, das ist so, und dann war es auch so, und ich glaube, es gibt einfach keinen anderen, nach dem man seine Solarprobe benennen könnte. und, ähm, genau, die, ähm, also, das heißt wirklich Sonde, also, das deutsche Wort für Probe ist einfach Sonde. Sonde. Ähm, diese Sonde, äh, ist wie alle, alle größeren Projekte der NASA, schon seit, gefühlt tausend Jahren in Planung, ähm, hat angefangen, also die ersten Ideen, man müsste mal die Corona der Sonne untersuchen, kam halt sofort nach, nach, den Entdeckungen von Parker, also in den, in den 60ern, dann in den 90ern, ähm, gab es halt diese, diese Projekte zu Erforschung des weit inneren und weit äußeren Sonnensystems, ähm, und Solarprobe Plus war quasi dieser Teil, wo auch dieser Pluto Kuiper Express, äh, in diesem Projekt, äh, finanziert werden sollte, was ja dann gecancelt wurde, und woraus dann Horizons entstand. Und, ähm, so die letzte Planung war, dass die Solarprobe Plus eigentlich schon 2015 starten sollte, aber wir wissen, Präsidenten wechseln, Geld fließt in eine andere Richtung, und jetzt ist der, äh, Starttermin für 2018 eingesetzt, ich weiß gar nicht genau wann, das müssen wir jetzt nochmal nachsauern, auf jeden Fall auf einer Delta 4 Heavy, ähm, soll diese Sonde gestartet werden, ähm, und, äh, stellt einen ganz interessanten Rekord auf, ähm, weil, ja, wir wissen, umso näher man an die Sonde kommt, umso schneller fliegt man, ähm, und, äh, die Höchstgeschwindigkeit der Parker Solar Probe, ähm, soll dann 200 Kilometer die Sekunde betragen, was 0,67 Prozent der Lichtgeschwindigkeit ist, und, äh, nach jedem Maßstab, ähm, das schnellste von Menschen gemachte Objekt, äh, im Sonnensystem, oder im Universum sein wird. Na, im Universum nicht. Von Menschen gemacht. Ja, okay, äh, da gibt's genügend Trümmer, die irgendwie sich, äh, schwarzen Löchern nähern, oder sonst irgendwas. Deswegen meinte er, das schnellste von Menschen gemachte Objekt, äh, jemals, jemals auch, auch nach allen Maßstäben, also es gibt da irgendwie so, Fluchtgeschwindigkeit von der Erde, oder relativ zur Sonne, oder relativ zur Erde, aber nach allen Maßstäben wird die Solar Probe, ähm, also die Parker Solar Probe, ähm, die Schnellste sein, ähm, der aktuelle Rekord wird ja von Deutschland gehalten, mit Helios 2, ähm, und dieser Rekord wird um das Dreifache gebrochen werden. Und, ja, und was macht man dazu, damit man so schnell beschleunigen kann? Man tritt einmal ganz kräftig auf die Bremse. Genau. Weil, äh, das ist der einzige Weg, wie man der Sonne nahe kommen kann. Äh, man muss halt abbremsen. Das ist halt, ist letztendlich der gleiche Effekt, den man auch mit Weltraumschrott oder sowas hat. Äh, man, wenn man, wenn man irgendwie will, dass man, äh, eine Raketenstufe oder sowas entsorgen will, und die ist halt im hohen Orbit, dann muss die halt abgebremst werden. Aber wenn man die abbremst, äh, und das macht man meistens, also, nein, nicht meistens, das macht man dann absolut immer am erdfernsten Punkt, äh, da zündet man einfach die Düsen entgegen der Flugrichtung und dadurch sinkt halt der erdnächste Punkt. Aber dadurch, dass der erdnächste Punkt gesunken ist, ähm, hat die Sonde dann auch gleichzeitig oder der Satellit oder was auch immer, äh, mehr Zeit zu beschleunigen und, hat dann eine höhere Endgeschwindigkeit. Also ist alles etwas paradox, aber man muss es sehr kräftig abbremsen, um, äh, der Sonne nahe zu kommen und dann auch entsprechend sehr viel höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Genau. Das macht die Solar, ich will immer Solar Probe Plus sagen, weil ich das jetzt schon so drin habe, die Eugene Solar Probe macht das, äh, mit sieben, äh, Vorbeiflügen an der Venus, ähm, wo sie, in einem Vertrag meinten sie, sie geben eigentlich der Venus Energie, und nicht andersherum, weil sie ja abbremsen. Ähm. Ja, ist auch so. Ja, genau. Ähm, und wird dann, ähm, glaube ich, zehn Tage in einem sehr sonnennahen, äh, also ich glaube der, wie nennt man das, ähm, Apohelion? Nee, ja. Perihelion. Genau, ist der, ist der weiteste Entfernung und Apohelion ist, Genau, ja, müsste. Genau, und Apohelion ist dann auf etwa 0,25 astronomischen Einheiten. Also. Nee, umgekehrt, umgekehrt, Perihelion müsste das, der, der sonnennächste Punkt sein, und Apohelion der, äh, Sonnenfernstelle. Ah, muss man in Griechisch wieder auspacken. Also, ihr wisst schon, was wir meinen, der, der sonnennächste Punkt wird bei 0,25, ähm, astronomischen Einheiten liegen, also eine astronomische Einheit ist die Entfernung von der Sonne zur Erde. Und, äh, es gibt nur einen Grund, warum ich mir das merken kann, äh, das liegt daran, dass es Perigeumsmotoren gibt, äh, so kleine Raketenstufen, die dann an früher, äh, und auch heute manchmal noch an irgendwelche Satelliten dran gepflanscht wurden, um die, sobald sie das Apogeum oben erreicht haben, zu zünden, damit sie dann, äh, in eine, in eine Runde Umlaufbahn kommen. Ja, ich kann mir das merken, weil ich mal Griechisch hatte, und Apo ist halt, äh, ist halt drauf, also Apotheke ist das, äh, die, die Theke, wo man was drauflegt. Oh, echt? Ja, ja. Ähm. Ist das schlimm? Und Peri ist halt unter. Das ist, das ist so schlimm. Also, ähm, geht ja auch, äh, vom Englischen to Perish, also untergehen. Okay. Kann man sich auch so merken. Ähm, wird, äh, um zurück zur Raumfahrt zu kommen, wird, äh, Kapiere ich nicht, was ein Apokromat ist, aber egal. Ja, das klären wir dann im Griechisch-Podcast. Ähm, wird siebenmal näher an die Sonne herankommen als jede andere Sonne. Und, ähm, die Frage ist natürlich, wie schützt man sich vor dieser Sonne, an der man sehr nah dran fliegt und, ähm. Mit einem Sonnenschirm, ne? Ja, es ist nicht nur ein Schirm, es ist ein Schild. Ähm, es ist nämlich ein sehr dicke Schild, also auch für Maßstäbe von Sonnenwärmeschutzschilden, es ist einfach ein großes Brett. Aus Carbon, Carbon, ähm, Komposit, also aus, ähm, Kohlefaser, die mit Grafit verstärkt wurde, so kann man das erklären, ähm, wird in der Raumfahrt eingesetzt, äh, war prominent an Flügeln vom Space Shuttle und an der, an der Nase. Genau. Wurde dann auch, äh, dem Space Shuttle Columbia zum Verhängnis als ein Stück, äh, äh, Außentankverkleidung auf so ein, ähm, Kohlefaser, Grafit verstärktes Teil drauf geflogen ist. Und, äh, dieses, diese, dieses Material ist halt nicht sehr stark widerstandsfähig gegenüber Einschlägen und, äh, sondern einfach abgebrochen und, äh, das war dann bei Wiederentritt von Columbia, ähm, quasi der Todesgrund. Und, äh, ich glaub, auch bei, bei Formel-1-Autos wird das für die Bremsscheiben verwendet. Ich glaub, da kennst du noch aus. Genau, ja, äh, wird dort benutzt, äh, wird manchmal, führt immer dazu, dass sobald die, sobald die Bremsen etwas abbauen, dann, äh, sehr viel dunkler Staub daraus fliegt. Genau. Weil, die sind halt auch Verschleiß gebaut. Also ein sehr, äh, hitze, widerstandsfähiges Material. Genau, ähm, glühen dann auch richtig, also, äh, es gibt manchmal so, äh, Einstellungen, da sieht man dann, wie die richtig rot glühen. Genau. Und man sollte halt darauf achten, dass man dieses Teil immer zur Sonne ausrichtet. Also ich kann mir vorstellen, wenn da einmal der, die, äh, die Ausrichtung nicht richtig funktioniert, dann ist die ganze Sonne verbrutzelt. Ähm, deswegen stelle ich mir vor, dass es sehr wichtig ist, dass man diese Sonne immer, also bei anderen Sonden gut, die, wenn die mal die Orientierung verlieren, dann wartet man ein bisschen, bis sie sich halt wieder richtig gedreht haben. War ja bei Rosetta so. Aber wenn, äh, wenn halt die Jude Parker Solar Probe, äh, sich mal nicht richtig dreht, dann ist die halt Staub. Ja, äh, okay, es wird sehr schwer, dass, ja, ja, man hat leider keine Chance, die einfach, äh, irgendwie mit Drall zu stabilisieren, sodass sie immer zur Sonne, äh, zur Sonne zeigt. Ähm, ja, muss man halt dann aufpassen. Ähm, äh, sie hat auch, ähm, also sie hat auch, äh, Solarpaneele natürlich, ähm, und, äh, hat auch sogar zwei ausklappbare Solarpaneele, die man, ähm, mit flüssig, also die sind sogar gekühlt. Also ich glaub, die werden dann benutzt, wenn sie ein bisschen wieder weiter weg ist. Also sie hat einen sehr, sehr exzentrischen Orbit und ich glaub quasi die, die, das, äh, Apohelion wird dann benutzt, um die Daten heimzusenden. Ich glaub, das sind so ein paar Monate, in dem, in dem sie halt weit weg von der Sonne ist und dann gibt's halt sozusagen zehn Tage heiße Phase, wo dann die ganzen Daten gesammelt werden. Also zehn Tage in höchster Annäherung, wie bei, wie bei, äh, Juno, wo wir gleich nochmal drüber reden werden, wo man dann halt die ganze Wissenschaft macht. Mhm. Ähm, was ist das Ziel der, dieser Mission? Das, ähm, wollte ich auch noch kurz sagen, jetzt hab ich hier wieder, ach, deutscher Wikipedia-Artikel hier weg. Äh, genau, Scientific Goals, ähm, genau, also man will das, ähm, Magnetfeld und, äh, die Struktur von Sonnenwinden vermessen, äh, man will herausfinden, warum die Corona der Sonne, und das ist ganz interessant, die Corona der Sonne ist heißer als die Sonnenoberfläche. Ja. Und man will herausfinden, warum. Ja, weil das ist merkwürdig, ne? Ja. Es muss dann irgendwo, muss irgendwo einen Prozess geben, der die aufheizt, und, äh, ich hab da so, ich hab so irgendwie was im Kopf mit kollidierenden Magnetfeldern und so einen Spaß, äh, und, ja, wird man sehen. Ja, also ich hab hier nochmal das genaue Startdatum, Startdatum ist fast genau in einem Jahr, äh, in, in 13 Monaten, nämlich am, nee, 14 Monate, am 31. Juli 2018 auf einer, Delta IV Heavy, äh, der Delta IV Heavy, äh, vom, äh, vom, äh, Launchkomplex 37 aus Cape Canaveral, ähm, und wiegt 610 Kilogramm. Ja, was mich interessiert ist, äh, hat die nicht dann noch, äh, hat die nicht irgendwie noch eine, in einer Raketenstufe dazu, weil 600 Kilogramm mit einer Falcon, äh, mit einer Falcon Heavy sag ich schon. Äh, 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 mit einer, mit einer Delta IV Heavy ist, äh, etwas disproportioniert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also hier steht was von Trockenmasse sind es 555 Kilogramm, also ich denke 610 Kilogramm plus Treibstoff. Ah, hier, hier, nee, da kommt noch eine Star 48 Stufe dazu. Ah, okay. Also, äh, eine kleine Feststoff, äh, Stufe und ich, ich muss sagen, ich mag diese Star 48 einfach. Ja, wieso? Die hat, weil die ein, ein, ein Leergewicht von 5% vom Vollgewicht hat. Und das ist für, das ist für, für Feststoff ist das echt gut. Also wenig, wenig Rakete für Treibstoff. Äh, so vergleichsweise, aber für eine, für eine Feststoffrakete ist das ziemlich gut, ähm, geht deswegen, weil die wahrscheinlich, äh, relativ niedrigen Druck innen drin haben, äh, im Vergleich zu anderen Feststoffboostern, weil ist halt im Vakuum. Große Düse hinten dran, fertig. Ja. Ähm, genau, das war's zur Parker Solar Probe, ich bin sehr gespannt, ähm, ist da so ein bisschen gerade Flaute in diesen großen, äh, Sonnensystemen Missionen. Also, äh, irgendwie die Horizons war vor zwei Jahren, Rosetta war dann, ähm, ja, und jetzt ist halt irgendwie auch keine Mars-Mission irgendwie gerade, ähm, passieren. Ja, äh, nächstes Jahr ist wieder, ne? Genau. Alle zwei Jahre. Genau, und, ähm. Kann man machen, was man will. Osiris Rex, das ist auch so ein Ding, was auch ein bisschen unterwegs sein wird. Ähm, da ist der, äh, wann, wann wird die ankommen? Ich glaube erst in zwei Jahren, Flybay. Genau, ähm, 2018 und dann 2021 soll das Ganze wieder zurückkommen. Also, es passiert halt gerade so ein bisschen wenig in diesen großen, äh, Sonden, die halt irgendwie interessante Wissenschaft machen. Von dem her fand ich das auch ganz interessant. Ich hatte so mir diese Pressekonferenz angeschaut, wo die halt offiziell umbenannt wurde. Er hat erst nicht so richtig verstanden, was da gerade passiert, weil dann haben sie halt ganz lange über diesen Eugene Parker geredet. Da habe ich gedacht, der Herr kriegt jetzt irgendwie einen Preis oder wird der jetzt nochmal geehrt, weil er so cool ist. Ja, ist ja, ist ja so. Also komm, er wird ja nochmal geehrt. Ja, und dann ist mir erst aufgefallen, ah, die benennen die Sonden nach dem. Als er dann, als er dann gemeint hatte, ja, und irgendwie Hubble, ähm, irgendwie, es gibt, es gibt, äh, es gibt irgendwie gar nicht genügend Sonden, um so viele Nobelpreisträger nach, oder umgekehrt, es gibt nicht genügend Nobelpreisträger, um alle Sonden nach denen zu benennen. Dann, äh, darfst du jetzt auch gleich weitermachen mit, äh, deinem dritten Thema. Ja, ähm, DARPA ist ja bekanntlich vom, äh, so die, der Technologieentwicklungszweig vom US-Militär. Kann man das so sagen? Ja. Ich denke, ne? Ähm, und die haben natürlich wieder einen tollen neuen Plan. Die wollen einen, äh, Raumgleiter entwickeln, äh, namens XS1, wollen die jetzt nicht erst jetzt gerade, sondern schon seit ein paar Jahren, ähm, was jetzt passiert ist, die haben, äh, den Auftrag vergeben, und zwar an Boeing. Aber die hatten mehrere, äh, ja, hatten es halt ausgeschrieben, haben mehrere Vorschläge gekriegt, ähm, und was sollen die tun können? Ähm, sie sollen halt ein flugzeugähnliches Gerät bauen, äh, mit Raketenantrieb, das Macht 10 erreichen kann, das innerhalb von 10 Tagen 10 Mal fliegen kann, und das auch, äh, eine Oberstufe für einen Satellitenstart aussetzen kann. Wohlgemerkt nicht alles gleichzeitig. Das wusste ich nicht. Ähm, ich hab auch bei golem.de drüber geschrieben, äh, kann man sich dann mal wieder... ...wieder im, im passenden Artikel dazu, dann durchlesen. Ähm, ja, was wird das Ding sein? Äh, äh, ja, wie gesagt, es wird halt so ein flugzeugähnliches Ding sein, das senkrecht startet, ausgestattet mit einem Triebwerk, das, äh, letzten Endes ein Space Shuttle Triebwerk sein wird, also so ein RS-25. Äh, nur, dass es kein RS-25 sein wird, sondern man nennt das Ganze AR-22, äh, weil man, äh, Aerojet Rocketine den Auftrag gegeben hat, äh, sie mögen doch bitte mal ein Triebwerk dafür rüberwachsen lassen, weil sie doch so ein, äh, guter Kunde vom US-Militär sind, dann sollen die das doch, äh, bitte schön noch unterstützen. Weil, ähm, mit dem Geld ist es ein bisschen knapp bei dem Programm. Hm. Das Programm soll mit 140 Millionen US-Dollar auskommen und, äh, ja, daraus willst du jetzt ein relativ, äh, großes Flugzeug bauen, das mal eben so Mach 10 erreichen kann, dass die passende Aerodynamik dafür hat, dass, äh, die passenden, äh, Hitzeschutzschilder dafür hat, äh, ich meine, das sind 3 Kilometer pro Sekunde, äh, 3,4 Kilometer pro Sekunde, das ist verdammt schnell, das wird dann auch schon verdammt heiß. Äh, wir haben es ja gesehen bei, äh, der SES-10-Mission von der Falcon 9, äh, Rakete, wie da die, die Gitterflossen angefangen haben zu glühen, äh, das, das war deutlich langsamer, also, äh, das wird richtig heiß dann. Ähm, dazu soll das Ding natürlich auch automatisch fliegen, so heißen, äh, die ganze Steuerelektronik muss entwickelt werden, Steuerprogramme, Software, bla, bla. Ähm, und das alles in einem Geschwindigkeitsbereich, äh, den man so oft nicht benutzt hat, zumindest nicht mit, mit normalen Flugzeugen. Und, äh, das alles mit einem Budget von 140 Millionen US-Dollar zu machen, ist ein bisschen ambitioniert und die wissen auch selber, dass das nicht funktioniert. Ähm, soweit ich weiß, die Strukturen sollen mal wieder, äh, hier Scaled Composites bauen. Das sind die gleichen Typen, die auch, ähm, ähm, hier von Paul Allen, also, äh, Strato Launch, äh, das Ding gebaut haben und, äh, Spaceship One und alles Mögliche, die sich dann von Spaceship Two, äh, zurückgezogen haben. Also, die haben schon Erfahrungen mit relativ hohen Geschwindigkeiten gemacht, aber nicht unbedingt mit, äh, irgendwie Macht 10 oder sowas. Ähm, wird man sehen, ob das was klappt. Ähm, wie gesagt, äh, die, die Anforderungen an die, an die Wiederverwendbarkeit, äh, sollen getestet werden, indem man das halt demonstriert, ähm. Ähm, wiegt doch mal bitte innerhalb von 10 Tagen 10 Mal hoch und erreicht mindestens Mach 5. Das ist so die, die Anforderung ans Testprogramm, aber vor dem Testprogramm von dem ganzen Flugzeug, äh, kommt erst mal ein Testprogramm für das Triebwerk. Ähm, weil das Triebwerk wird, äh, halt wie gesagt, äh, wahrscheinlich, äh, so eine Art, äh, Space Shuttle-Triebwerk sein. Naja, äh, jedenfalls, der Space Shuttle ist zuletzt mit einer Variante geflogen von dem Space Shuttle-Triebwerk, das nannte sich RD-25D. Äh, nee, plötzlich RS-25D, nicht RD, äh, das sind die Russen, das ist schlimm, ne, also die, die Russen nennen ihre Triebwerke ständig RD und die nennen es RS. Naja, also, das letzte Space Shuttle-Triebwerk war die, war das RS-25D, aber davor gab's natürlich noch andere Varianten, äh, eine ohne Buchstabe, eine mit B, eine mit C, und, äh, von den alten Varianten sind noch ein paar Bauteile zumindest übrig und aus diesen übrig gebliebenen Bauteilen will Aerojet Rocketdyne, ähm, zwei Triebwerke zusammenbasteln und das, die nennen sie dann, äh, AR-22. Also Resteverwertung. Genau. Ähm, Problem dabei ist, äh, man wird sich erinnern, beim Space Shuttle mussten die Triebwerke nach jeder Mission auf, äh, letztendlich ausgebaut werden, auseinandergelegt, inspiziert, wieder zusammengebaut und dann, äh, wieder gestattet werden. Das kriegt man innerhalb von 24 Stunden nicht hin, äh, und schon gar nicht zehnmal hintereinander. Äh, soll heißen, die werden wahrscheinlich irgendwie den Schub reduzieren, die Leistung reduzieren und hoffen, dass es dadurch nicht ganz so stark belastet wird und das dann, wird schon gut gehen, weißt du? Da sitzt halt niemand drin, das ist das Gute. Äh, aber dieses wird schon gut gehen, äh, wird als allererstes mal auf dem Teststand stattfinden, wo man das Ganze halt, wo man halt letzten Endes, äh, zehn komplette Testläufe in zehn Tagen machen wird. Und, äh, ich schätze mal, wenn die, wenn die dort ihr, äh, ihr Triebwerk, äh, heiß zerlegen, dann, äh, werden sie das Programm einstellen. Äh, äh, und, äh, 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 wenn es, äh, wiedererwartend doch funktioniert, dann werden sie wahrscheinlich weitermachen und das ganze Flugzeug bauen. Ähm, man darf gespannt sein. Äh, äh, ich hatte erst gedacht, die Anforderungen wären ganz andere gewesen, äh, dass die halt, äh, Mach 10 erreichen wollen und, äh, halt praktisch die Oberstufe aussetzen wollen und dann noch zurückfliegen wollen. Und, äh, äh, ich hatte das so ein bisschen überschlagen, hatte ausgerechnet, was das alles bedeutet, so an technischen Anforderungen und hab die für verrückt erklärt, wie das halt so ist. Äh, äh, kam auch daher, weil es eine ganze Menge, äh, Artikel gab, die ich halt gelesen hatte, wo es halt genauso drin stand, aber, äh, wie gesagt, die, wir sollen nicht alle Dinge gleichzeitig erreichen. Also die Testflüge mit Mach 5, da soll es tatsächlich wieder zurückfliegen zur Startrampe, damit die halt innerhalb von einem Taktes wieder, äh, aufmöbeln können und wieder starten können. Aber erst nach diesen 10 Testflügen sollen dann noch weitere Testflüge folgen, äh, bei denen man dann tatsächlich Mach 10 erreichen wird und dann mindestens noch einen Flug mit halt einer Oberstufe, mit der dann, äh, ein Satellit ausgesetzt werden soll. Ähm, es gibt auch schon einen Auftrag, äh, diese Oberstufe zu entwickeln und die hat Vector Space Systems bekommen. Ui. Erstaunlicherweise. Ja. Was, ja, also, äh, okay. Klingt auch gut für die Firma. Klingt für die Firma gut, äh, technisch macht's im Prinzip auch Sinn, weil das ist genau die Größenordnung, die die brauchen. Äh, die brauchen halt dann, äh, wenn man diese 3,4 Kilometer pro Sekunde erreicht hat. Äh, brauchst halt noch, ähm, 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 irgendwas um die 4,5, 5 Kilometer pro Sekunde zusätzlich. Und, äh, das kriegen die damit hin. Kurz und gut. Äh, können sie schaffen. Ähm, allerdings, äh, ich, ich find's etwas merkwürdig, weil Vector Space Systems ist halt noch komplett neu. Die haben sowas noch nie gemacht. Die haben jetzt gerade mal einen Testflug mit dieser, mit diesem komischen, äh, 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 ja, letzten Endes der Modellrakete, die ihre Rakete, äh, durchgeführt. Die einen sehr kleinen Tank hatte, nur aus Aluminium und nicht aus Kohlefaser und so weiter. Ähm, ja, ich bin doch, äh, bin da mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, ob da überhaupt was rauskommt. Ja, also, kurz und gut, äh, das Programm, äh, ich, ich weiß es nicht, ob das realistisch ist. Also, es ist realistischer, als es mir am Anfang, äh, erschien. Aber, äh, das alles für 440 Millionen US-Dollar ist doch sehr merkwürdig. Ähm, äh, äh, was ich auch gefunden hatte, war so ein Dokument, das die DARPA veröffentlicht hat, wo die Bewertungskriterien, nach denen die Leute ausgewählt werden, die, äh, äh, dann den, den Auftrag sozusagen übernehmen sollten, äh, beziehungsweise wonach die Programme von DARPA ausgewählt werden. Und, äh, ganz oben ist dann halt so Technical and Scientific Merit. Äh, das zweite war noch irgend so ein Bullshit-Term, äh, der halt, also, irgendwie halt sich darauf bezieht. Und irgendwo so an, an, an vierter und fünfter Stelle, äh, kamen dann die Punkte Budget Realism und Schedule Realism. Ähm, also, so heißen, ein realistisches Budget und ein, äh, ein realistischer Zeitplan, äh, ist, äh, nicht so wichtig, wie irgendwie die Ambitionen, die sie haben. Weißt du, wie das, wie das für mich klingt? Wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die amerikanische Wirtschaft. Ja, genau. Also, ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand mal bei, bei, wer auch immer das Geld, also, ich meine, das Einzige, was noch wirklich Geld hat in den USA, ist das Militär. Ja, und bekommt ja immer noch mehr, ne? Genau, und die haben mir so gedacht, ach, so ein bisschen, die, die. Es ist nicht das Einzige, aber ich glaube, der, irgendwie so, wie viel ist das, ein Drittel vom Budget mindestens, ne? Also, es ist schon eine Menge, also schon ein großer Teil vom Gesamthaushalt. Und auch der Einzige, der größer geworden ist unter Trump. Ähm, und ich denke immer, dass das so ein Ding ist, so, gehen wir mal den Leuten was zu tun, spritzen da ein bisschen Geld in die Wirtschaft rein, äh, kann uns nicht schaden. Im schlimmsten Fall ist es halt ein gescheiteres Projekt, aber im besten Fall haben wir einen Raumgleiter. Jo. Also, wie, wie viel kostet es? 150 Milliarden? Nee, 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 Millionen. 150 Millionen. Ja, das zahlt, das zahlt doch DARPA aufs Apportokasse. Genau, ja, also DARPA, die sagen auch, dass sie ihr frei, äh, dass sie noch zusätzlich frei verfügbares Budget irgendwie dazu drauflegen werden, äh, dazu drauflegen wollen, aber, hm. Ja, das ist, mal schauen. Das macht's auch für eine schöne Schlagzeile, so, hier, äh, DARPA, die irgendwie so, äh, Alien, äh, DARPA ist immer so die, die dann vermutet werden, irgendwie Alien-Technik zu haben und solche Sachen. Äh, äh, wenn die dann irgendwie neue Sachen bauen. Ja, ich hab mal, ich hab mal geguckt nach dem Budget, ähm, also das 2017er ist noch nicht ganz fest, aber 2016 hatten die, äh, 3, also Einnahmen von 3,3 Billionen US-Dollar und Ausgaben von 3,9 Billionen US-Dollar. Differenz 600 Milliarden. Ja, also 150 Millionen ist ein Witz. Defizit. Ja. 600 Milliarden einfach als Defizit. Äh, das heißt so viel, wie das fast das ganze Militärbudget halt komplett aus Schulden finanziert wird. Ja. Ja, gut. Wahnsinn. Wäre das das? Hast du noch was dazu? Habe ich noch was dazu? Ähm, ähm. Ich denke nicht. Hast du noch Fragen? Äh, nö. Mal schauen, was dabei rauskommt, aber so spannend fand ich's jetzt auch nicht. Ja, es ist halt, äh, wie gesagt, ich, ich fand's davor, irgendwie fand ich's davor viel spannender, weil ich mich richtig drüber aufgeregt hatte. Ähm, ich meine, im Prinzip ist es möglich halt so ein, äh, so ein Raumkleider zu bauen, der halt Mach 10 erreichen kann, umdrehen kann, äh, äh, Triebwerk nochmal neu zünden und, äh, dann zurückfliegen. Aber das ist halt echt so am, äh, am absoluten Rande aller Möglichkeiten. Aber, ja. 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 Irgendwie, es ist halt, es ist, es hat mich eine Weile lang irgendwie begeistert, das auszurechnen. Und, äh, ich hab dir halt total für verrückt gehalten, äh, das mit so einem Budget machen zu wollen, weil das, ja, egal. Hab mich zum Glück noch rechtzeitig irgendwie, irgendwie dabei erwischt, dass das irgendwie alles zusammen nicht stimmen konnte. Hab dann nochmal angefangen zu recherchieren und, äh, ja. Ja, ich glaube, es war an dem Punkt, als mir, als mir aufgefallen ist, ähm, was, dass die gar nicht, äh, ähm, dass man praktisch, um den Satelliten auszusetzen, gar nicht zurückfliegen muss, um, äh, wieder landen zu können. Ähm, äh, es reicht ja auch aus, wenn man irgendwie, die wollen ja sowieso einen polaren Orbit fliegen, so heißen, in nördliche oder südliche Richtungen, dann kannst du halt von der USA aus einfach bloß, was weiß ich, entlang der Küste nach Norden fliegen. Und landest dann halt wieder. Ähm, und irgendwie so, das war der erste Gedanke und, äh, das war dann so die, das erste Stück, was dann so in dem Kartenhaus von meiner Vorstellung, wie das Ding aussehen würde, äh, gefehlt hat. Und dann brach das alles zusammen und dann hab ich nochmal komplett neu recherchiert und, äh, ja. Ja, sowas passiert. Ja. Ähm, wollen wir weiter zur richtigen Raumfahrt? Zur richtigen Raumfahrt? Ähm, können wir noch machen, ja. Also die Raumfahrt, die wirklich passiert ist und wissenschaftliche Ergebnisse hervorgebracht hat, nämlich Juno. Hatten wir ja schon mal drüber geredet, als es darum ging, dass da ein Ventil geklimmt hat und man jetzt doch in einem sichereren Orbit bleibt, der nicht so viele Orbits, äh, in sich birgt, aber dafür auch nicht so verstrahlt ist. Ja, ins Spiel. Du erinnerst, du erinnerst dich? Ja, natürlich. Genau. Und, äh, Juno hat jetzt die ersten zwei, äh, Paper abgeworfen, sozusagen. Ähm, die wurden veröffentlicht im Science-Magazin, heißt einfach nur Science, ich denke schon, dass man… Es gibt Science, es gibt Science, es gibt Nature, sind das gleiche Verlag, nee, oder? Nee, die sind unterschiedlich, das sind irgendwie zwei Konkurrenten, sind auch beide ähnlich, äh, Boulevardesk. Ja. Ähm. Also, ich, ich, ich nenne es ja immer das Wissenschaftsboulevard. Ja. Ähm, ich, ich fand das jetzt nicht so schlimm, also die zwei Papers sind auch öffentlich zugänglich, sind, äh, Open Access sozusagen. Ja, es wird halt, es wird halt sehr auf, äh, auf, auf Öffentlichkeitswirksamkeit, äh, gesetzt. Das heißt nicht immer, dass alles, das heißt nicht, dass alles, was da drin falsch ist, äh, aber es, es geht halt immer so um, um, äh, ja, halt, halt auf Öffentlichkeitswirksamkeit, halt Boulevardesk halt, ne? Ja, aber für mich ist das genau das Richtige, weil ich hab mich mal daran versucht, so ein Paper zu lesen, ohne, dass ich irgendwelche Grundausbildung im Bereich von Astrophysik hab, oder generell Physik, ich hab Physik in der Zeiten abgewählt, äh, was ich jetzt immer noch bereue, ähm, wo, ja, gut, ich musste mich entscheiden, ich hätte, ich hätte, das ist auch irgendwie komisch, man muss, äh, im Gymnasium kann man ja nur zwei, äh, Wissenschaftsfächer haben, Bio, Chemie und Physik, und man muss sich für zwei davon entscheiden. Und dann hab ich halt Bio und Chemie behalten und Physik abgewählt, obwohl ich jetzt, ich hatte, was hab ich denn gemacht? Ich hab Bio abgewählt, glaub ich. Ja, das hätt ich eigentlich im Nachhinein auch machen sollen, weil Bio brauch ich am wenigsten in diesen Raumfahrtsdings. Ja, komm. Aber gut, ich hab jetzt auch nicht so viel Ahnung von Chemie, also. Nicht für den Podcast, sondern für das Leben lernen wir. Hm, ich glaub, der Spruch war ursprünglich mal andersrum, also, glaub ich, hieß mal tatsächlich, es war so ein Römer, der meinte dann, ah, ich muss recherchieren. Auf jeden Fall, zurück zu den Papern. Ähm, es gibt ein Paper, das heißt, ähm, genau, der, der initiale, ähm, äh, Pol-zu-Pol-Überflug von Juno über, äh, Jupiter. Und, ähm, was ja das Ziel, eines, einer der Ziele von, äh, Juno ist, ist, ähm, diese Wolkenformationen ein bisschen besser zu erforschen. Ähm, weil es gibt ja diese Wolken, äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, die bestehen ja größtenteils aus, äh, Ammoniak. Jo. Ähm, ein bisschen Wasser reingemischt. Und, ja, das ganze Ding besteht ja im Wesentlichen aus sehr viel Wasserstoff und, äh, alles, was dann an, an größeren Atomen dazukommt, naja, das bilden dann halt diverse Gase, wie halt Ammoniak, wie Wasser und sowas. Genau, und man ist ursprünglich davon ausgegangen, dass unter dieser Wolkendecke das Ammoniak relativ homogen und gleichmäßig verteilt ist. Hat sich aber herausgestellt, ist nicht, ist nicht so, sondern diese Wolken, die bilden, äh, riesengroße Headley, ähm, Zellen. Also Zellen im Sinne von Wolkenformationen nennt man ja auch Zellen. Und, ähm, eine Headley-Zelle, das gibt's auf der Erde in, äh, natürlich kleinerer Maßstab, weil die Erde auch ein kleinerer Planet ist. Sind das nicht die, die riesengroßen Dinge, die halt vom, äh, vom Äquator aus, wo, wo am Äquator, äh, praktisch die Luft aufsteigt und nach Norden und nach Süden abfließt Richtung Pole? Genau. Wodurch dann auch die Sahara entsteht und sowas? Genau, also das sind, äh, es gibt hier auf der Wikipedia Eintrag, so Headley-Zellen. Also Winde und so. Genau, es gibt halt einen vom, vom, vom Äquator zu den Wendekreisen, ähm, also es sind ziemlich so, äh, Äquator-Wendekreis, Wendekreis, Polarkreis und Pol. Äh, genau. Ist immer so eine Headley-Zelle und dann gibt's halt die, dadurch entstehen halt die Passatwinde und die Westwindzone, also alles, was man so in Geografie mal gelernt hat. Also ich hatte sehr viel Geometeorologie in Geografie, du vielleicht auch. Geografie war eins meiner Prüfungsfächer. Genau. Äh, und die, genau, die Headley-Zelle, das ist halt die vom, vom Äquator zum, äh, zum Wendekreis. Und, ähm, genau, also statt halt Luft. Ja, sowas gibt's natürlich auch auf, sowas gibt's natürlich auch auf Jupiter. Genau. Und jeder, der ein Teleskop hat, der kann sich das angucken. Genau. Wesentlich größer, ähm, ist klar, größere Planet, größere Headley-Zellen, aber, ähm, also so eine Headley-Zelle ist vielleicht so groß für die ganze Erde. Und auch so tief, also die sind auch, 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 also diese Headley-Zellen auf der Erde sind halt relativ flach im Vergleich zu diesen riesen Headley-Zellen auf, äh, Jupiter. Und dass es die gibt, oder dass die so funktionieren, das ist jetzt quasi ein Ergebnis der Juno-Mission. Ähm, wie man das gemacht hat, ist auch ganz interessant. Ähm, äh, Ammoniak und Wasserstoff, ähm, haben, ähm, halten ja Mikrowellenstrahlung auf. Also es gibt ja eine gewisse, ähm, ja, also umso mehr Ammoniak oder Wasserstoff in, in dieser, in diesen Wolken ist, umso weniger Mikrowellenstrahlung wird durchgelassen. Äh, du meinst Wasser. Genau, Wasser. Wasser, genau, H2O, Wasserdampf. Ja, genau. Ähm, und, ähm, man hat. Das ist ja, das ist ja der Witz, wie so eine, wie so eine, äh, Mikrowelle funktioniert, ne? Die, das Wasser da drin absorbiert halt die Mikrowellen. Genau, und fängt dann an, die, die Atome fangen sich dann an, schneller zu bewegen. Genau. Genau. Wobei Fett auch ganz gut ist. Ja. Und, ähm, man hat einfach jetzt, äh, quasi die zurückgeworfene, äh, Mikrowellenstrahlung von Jupiter gemessen und hat halt gemerkt, dass, ähm, bei diesen, bei diesen Hedley-Zellen halt weniger, äh, Wasser, äh, weniger Mikrowellenstrahlung zurückkommt als bei den anderen. Und, ähm, genau, hat dann auch quasi die, die Farbtemperatur, also diese, diese Strahlungstemperatur gemessen im Sinne von, äh, der Planck'schen Schwarzkörperstrahlung. Ist auch immer ein schön interessanter Wikipedia-Artikel, den man sich zu Gemüte führen kann. Ja. Genau, und hat halt gesehen, dass, ähm, die, das Ammoniak, äh, recht unregelmäßig, ähm, verteilt ist auf Jupiter. Und das würde ich jetzt gerne mal so exemplarisch halt einfach rausstellen als ein Ergebnis, auch weil ich die anderen nicht verstanden habe. Also, das ging mir dann doch zu weit. Also, das mit diesen, mit diesen Hedley-Zellen, das habe ich nur verstanden, aber der Rest, äh, es geht dann noch um das Magnetfeld von Jupiter, äh, und, äh, die Wärme-Hotspots, also Wärme-Änsammlungen. Das habe ich dann nicht mal ganz verstanden, weil es dann sehr viel um, ähm, ähm, Dipol-Feldstrahlung geht und, äh, solche Sachen und das war mir dann doch ein bisschen zu hoch. Ja, ich werde es mir mal, irgendwann lese ich es mir vielleicht noch durch, aber ich habe, äh, selber jetzt eine ganze Reihe von Papern gehabt, die mir zu hoch waren. Ja. Äh, über Quantenmechanik und so Spaß, also. Ja, äh, mit denen habe ich leider ziemlich viel zu arbeiten. Ähm, genau. Genau, und es gibt auch ein zweites Paper, was noch ein bisschen stärker auf die Magnetfelder von Jupiter eingeht, aber ich finde das mal ganz interessant und diese Paper, die lassen, also, das ist, das ist kein Latein, was sie da schreiben. Die schreiben in englischer Sprache und verwenden auch englische oder verwenden auch Wörter, die man auch so generell kennt. Ja. Man muss halt dann anfangen zu recherchieren, also, ich wusste nicht auf Anhieb, was Schwarzkörperstrahlung ist, ich hatte den Begriff natürlich schon mal gehört, aber konnte mir nichts darunter vorstellen. Ja. Und dann liest man sich das nochmal durch und dann versteht man das auch so grob, dass man es wiedergeben kann. Okay, und an der Stelle sollten wir vielleicht mal gestehen, äh, dass wir jetzt während der Aufnahme den ersten Teil dieser Sendung noch nicht gemacht haben, äh, weil, äh, irgendwie habe ich das nicht ordentlich hingekriegt, das zu erklären, aber wir werden auf jeden Fall dort auch schon die Schwarzkörperstrahlung erklärt haben. Okay, gut. Äh, ja, also, sorry, das hat heute nicht geklappt, das wird dann später von euch völlig unbemerkt eingeschnitten worden sein, aber es hat jetzt halt zur Folge, dass wir, dass der Christopher noch nicht wusste, dass ich über die, äh, Schwarzkörperstrahlung gesprochen haben werde. Ja, ähm, also, wie gesagt, das Gespräch hatten, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, oder, das Gespräch haben wir nach der Sendung sozusagen aufgezeichnet. Genau. Ähm, ja, äh, das war mein Teil zur Juno, die Paper sind auch öffentlich zugänglich, wenn es jetzt Leute gibt, die sich damit besser auskennen, die haben wahrscheinlich das schon alle gelesen und verstanden, die können es mir vielleicht nochmal erklären, ähm, aber ich finde es immer schön, dass, dass, dass man da auch so, also, das ist ja so, okay, man erfährt, wenn die Sonne dort angekommen ist, wenn die, also entweder man erfährt, wenn sie da ist, wenn sie, äh, wenn sie fertig ist, also wenn sie dann entsorgt wird, und man erfährt, wenn sie kaputt geht, aber man erfährt halt weniger was, wenn sie halt wirklich funktioniert, da muss man halt wirklich drauf akten, weil die Paper publiziert werden, weil, wenn die Sonne einfach funktioniert, dann ist das halt kein Nachrichtenwert in sich. Ja, und es ist halt, du hast natürlich auch das Phänomen, äh, von den Mars Rovern, also, ich meine, Opportunity fährt jetzt, wir haben jetzt das Jahr 2017 gelandet, sind die 2003. Ja, und fährt halt immer noch Opportunity. Fährt immer noch weiter nach 14 Jahren, das ist schon der Wahnsinn. Also noch so auf dem, auf dem letzten Atemzug, aber fährt. Ja, also wenn sie noch ein paar Jahre durchhält, dann fährt die, ähm, mehr als halb so lang auf dem, äh, auf dem Mars, wie ich lebe. Ja. Also es ist schon, das ist schon mal. Also Opportunity hat schon, hat schon Marathon-Distanz hinter sich. Ja, was natürlich nach 14 Jahren auch nicht der. Für so einen Mars Rover ist das schon eine ganz gute Leistung. Für einen Mars Rover ist es echt nicht schlecht. Wie viel hat, äh, Curiosity so sechs Kilometer, oder? Ich weiß es nicht, ich hab das nicht verfolgt. Ja. Also, ähm, das war's zu Juno, jetzt haben wir noch ein paar kleinere Meldungen, äh, da hast du was reingeschrieben zu unserem Freund, äh, dem Marschen, oder war das das? Nee, jetzt kommt erst mal was anderes. Also, erst mal kommt noch, äh, die GSLV Mark III, die irgendwann gestartet sein wird, äh, wenn ihr diese Folge hört, weil wir werden am Montag, äh, noch den, den Solarzellenteil nachholen, demzufolge wird am Montag, äh, zu der Zeit dann auch die Rakete hoffentlich starten, zumindest angekündigt ist für den 5. Juni. Ähm, ähm, also hat ja lange gebraucht, bis die mal einen Starttermin festgemacht haben und, äh, ja, GSLV Mark III wird halt die erste große indische Rakete sein. Und zum Anlass dessen wird, werden wir in der nächsten Ausgabe von unserem schönen Podcast, äh, die indische Raumfahrt mal vorstellen, mit der gesamten Vergangenheit, wie es dazu gekommen ist, dass, äh, Inder Raketen bauen, äh, und wie so da Teile drin verbaut sind, äh, die uns sehr bekannt vorkommen. Ja. Ähm, genau, GSLV Mark III wird auch nochmal in der Raketen, okay, Raketenversage lohnt sich auch nicht mehr, aber genau, da einfach dran denken. Vielleicht sich nochmal die Videoaufzeichnung davon anschauen. Genau. Dann, ähm, Lunaprobe hits beim Micron Metroid, also eine, äh, Mondsonde, ich, welche war das genau? Du, ach, fragt mich doch nicht sowas, äh, äh, scheiße, der erste Name, der mir in den Kopf kommt, ist Lunaprospektor, aber der ist, die ist schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr da. Also, der Lunar Reconnaissance Orbiter, ähm, wurde von einem Mikrometeoriten, ähm, getroffen, das ist schon ein bisschen her, das ist von 2014, das Foto. Also, ja, und, ähm, das Interessante ist, das ist ja ein, ein, äh, Linescanner, also ein, ein, ein Fotoscanner, der die Fotos von oben nach unten immer eine Bildzeile nach der anderen aufnimmt. Ja, das ist eine klassische, äh, CCD, Charged Coupled Devices. Genau. Also, und das ist halt klassischerweise tatsächlich nicht, wie wir es von der, äh, von der Digitalkamera kennen, halt so ein Chip, sondern das ist einfach bloß, äh, eine lange Zeit. Äh, äh, wir haben so, mit sowas haben wir sogar mal im, äh, im physikalischen Praktikum gearbeitet. Das haben wir dann so mit Oszillografen ausgelesen und so, scheiße. Ähm, die Dinge hat man halt entwickelt, weil man, äh, ja, wenn man da, wenn man damit halt Spionagesatelliten, äh, ausgestattet hat und, naja, im Prinzip ist ja so ein, so ein, äh, so eine Mondsonde ist ja nichts anderes als ein Spionagesatellit, äh, spioniert halt irgendwelche Mondkrater aus, was jetzt nicht so ganz spannend ist, aber naja. Ja. Und, ähm, weil der halt gerade getroffen wurde von einem Mikrometeoriten, als er ein Bild gemacht hat, ähm, gab es so interessante Wellenformen auf diesem Foto. Und dann haben sich natürlich die schlauen Wissenschaftler gedacht, Wellenformen, das ist ja dann Ton. Und haben das mal, ähm, ausgelesen und den, äh, Sound umgewandelt und das Video kann man sich auch, äh, anhören. Es gibt auch hier auf der, auf der LROG-Seite, also auf dieser Lunar Reconnaissance Orbiter, ähm, Webseite, das ist auch gerade der, der gefeaturedte Artikel, ähm, haben sie das halt ausgewertet. Und, und jetzt weiß man halt, wie es sich anhört, wie, wenn ein kleiner Steinchen, ähm, an einem Satelliten, äh, aufschlägt. Ähm, sehr unspektakulär ist einfach nur ein kleines Pock. Und, äh, das war es dann auch. Ähm, ist erstaunlich, dass das Teil überhaupt überlebt hat, weil solche Dinge können ja sehr schnell sein. Muss halt so ein ziemlich langsames Steinchen gewesen sein, oder es ist halt... Oder ein sehr kleines. Oder beides, wo das halt so günstig aufgeschlagen, dass es nichts Vitales irgendwie kaputt gemacht hat. Das war die kurze Meldung dazu. Und jetzt kommen wir aber zu Andy Weir. Heißt der so Weir, Weir? Andy Weir kennt man ja, hat den Roman The Martian geschrieben, was dann ja auch mehr oder weniger spektakulär mit, ähm, Matt Damon verfilmt wurde. Ist das schon zwei Jahre her, glaube ich, als der Film rauskam? Ist eine ganze Weile, ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du The Martian gelesen? The Martian hatte ich gelesen, natürlich. Hab ich doch mal in der Sendung irgendwann besprochen. Ja, ich glaube, ich hab ihn sogar vor dir gelesen. Ja, ja, also, äh, das war ja lange der Running Gag, dass ich den noch nicht gelesen hatte. Genau. Und, ähm, jetzt hat er seinen... Also, von daher, von daher ist natürlich recht, wir haben uns sehr viel öfter darüber unterhalten, dass ich den noch nicht gelesen habe, als, äh, darüber, dass ich ihn gelesen habe. Von daher ist das nur verständlich, dass, äh, du das vergessen hast. Egal. Ähm, ähm, und jetzt hat er seinen neuen Roman angekündigt, der namens Artemis, der namens Artemis, also seinen neuen Roman, der Artemis heißt, und, ähm, da geht es um den Mond. Genau, es gibt, es gibt auch ein Probekapitel, das erste Kapitel von dem Buch, äh, kann man lesen. Ähm, äh, und, äh, ich hab die Hälfte davon, glaub ich, gelesen. Ähm. Kannst du schon sagen, worum es da ungefähr geht? Es geht darum, dass der Mond schon besiedelt ist und da halt eine, äh, eine Stadt ist, die, äh, diverse Kuppeln hat. Ich hab keine Ahnung, woher der Name Artemis jetzt gleich kommt, aber, äh, man hat, glaube ich, eine weibliche Protagonistin, äh, die, äh, ganz am Anfang mit einem, äh, äh, Weltraumanzug unterwegs ist auf der Mondoberfläche, äh, während einer Prüfung. Also, die macht dort sozusagen ihre, ihre Fahrschule für, äh, für, für, äh, Raumanzüge, mehr oder weniger, äh, und das kleine Problem ist, äh, der Raumanzug hat ein Leck und, äh, die stirbt fast dabei, äh, auf dem Weg nach, äh, nach Hause zurück in die Luftschleuse. Also, er bleibt sich treu seinem Thema. Ja. Tote Weltraum. So ungefähr. Ja, obwohl bei Marschen stirbt ja niemand, aber fast. Ja, aber in, in dem Fall, in dem Fall hat das einfach den Grund, äh, ja, das ist halt eine Lux, das ist eine kommerzielle Siedlung mehr oder weniger, also da, da sind irgendwie so Luxustempel zum Einkaufen und alles mögliche da. Und damit halt die reichen Leute, die zum Mond fliegen, äh, was zu tun haben. Aber es gibt natürlich auch immer noch die Leute, äh, die das Ganze irgendwie in Schuss halten müssen und die Protagonistin, deren Namen ich vergessen habe, äh, gehört halt, äh, genau. Also, äh, die ist irgendwie so ein Wasserträger, die Zeugs von A nach B bringt, äh, in den, in den, äh, ja, in dieser Siedlung und, äh, hat entsprechend relativ wenig Geld. Und hat, äh, 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 musste etwas sparen beim Kauf des, äh, des Raumanzuges und, äh, hat wohl einen erwischt, der, äh, etwas materialmüde war und deswegen so ein Leck bekommen hat. Äh, äh, ist ein sehr ansprechender Auftakt, würde ich sagen. Und, äh, wer sich dafür interessiert, äh, lest das Probekapitel einfach mal, äh, vorbestellen kann man das Ding schon heute, aber im November kommt's erst raus. Ja. Äh, ist jetzt kein Aufruf, das Ding zu kaufen, das ist einfach nur ein Hinweis. Genau. Wir kriegen dafür kein Geld und nix. Ich glaub, Andy Wehr braucht auch keine, keine Werbung mehr für seine Bücher. Äh, äh, naja, äh, Andy Wehr nicht, aber der Publisher braucht die. Wer von der Publisher? Weil die wollen ja alle nach, naja, die wollen ja nach Möglichkeit alle irgendwie bei der New York Times Bestsellerliste ganz oben sein. Ja. Und so. Und da geht's halt darum, dass man Vorbestellungen macht und, äh, umso mehr Vorbestellungen da sind, umso mehr Bücher werden dann in der ersten Woche verkauft. Und da die Bestsellerliste natürlich danach geht, wie viel in einer Woche, äh, verkauft wird. Hm. Ja, ja. Das ist das übrigens, was der Mike Duncan gerade macht mit diesem, äh, Buch über die römische Geschichte. Mhm. Der sagt halt auch, ja, äh, äh, bitte nach Möglichkeit Vorbestellen, weil das wäre irgendwie hilfreich dann auch für das nächste Buchprojekt. Ja. Tja. Dann, äh, noch ein weiteres Buchthema. Wir haben es heute mit dem Buchthemen. Also auch von dir. Ja, äh, das habe ich noch nicht mehr richtig durchgelesen. Äh, wäre mal, äh, 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 also es gibt ein Buchthema. Buch von Werner von Braun, niemand Geringerem, von 1949, Projekt Mars, A Technical Tale, by Dr. Werner von Braun. Und, äh, ja, da gibt's dann halt, auf dem Mars gibt's dann offensichtlich auch, äh, eine, eine Regierung und, äh, in, in dieser Regierung gibt es zehn Leute und der Anführer dieser Leute, äh, wird gewählt. Äh, äh, von allen Leuten ist dann für fünf Jahre halt so der, der Obermacho von den Zehen und, äh, hat direkt dann den Titel Elon. Hm. Ja. Kennen wir gar nicht. Ich hab grad, ich hab grad nachgeschaut, woher das, äh, der Name Elon kommt. Äh, kommt aus dem, äh, Hebräischen, ist ein jüdischer Vorname. Lustig, dass den Werner von Braun verwendet, der alte Nazi. Ähm, naja, äh, es ist, es ist ja nicht, ist ja nichts Neues, also der war ja nicht wirklich so, der wäre mehr so opportunistischer Nazi, ne? Ja. Dem ging's ja bloß darum, dass er Raketen bauen und die starten kann. Ja, genau. Und der Rest, not my department, ne? Genau, Elon bedeutet auf Hebräisch, äh, Baum oder Eichen, äh, Eiche, also Oak Tree. Okay. Geht's auch als Abwanderung für Alon, Elan, Elon, Elan oder Elon, also verschiedene Versionen. Also wenn man Elan hat, dann, äh, dann hat das was mit dem Eichenbaum zu, egal. Genau. Ähm, ja, was haben wir noch, äh, betrachtet Enrol 76 die ISS, was ist denn das? Äh, Enrol 76, das ist dieser Spionagesatellite. mit dem die Falcon 9 vor kurzem gestartet hat. Ja. Ähm, wo ja nichts bekannt gegeben wurde, was für ein Orbit, äh, das Ding fliegt. Und das wurde natürlich inzwischen, all inzwischen wurde der Satellit, äh, entdeckt. Und man hat sich den Orbit angeschaut und der kommt verblüffend nah an die ISS heran. Ähm, und es kann sein, dass der dafür gedacht ist, unter anderem, äh, das Docking-Manöver, äh, vom ersten Dragon 2 mit der ISS oder, nee, vom nächsten Dragon-Transporter, glaube ich, mit der ISS, äh, zu filmen. Warum? Für wen? Keine Ahnung. Also wenn sie dann nicht veröffentlichen, wenn das ein Enrol-Satellit ist. Also, ähm, der, der Punkt ist nur, die Chinesen machen das gleich. Die Russen haben sowas auch schon gemacht. Ja, aber die machen dann nicht so eine Geheimniskrämerei draus? Doch, teilweise schon. Okay. Also die machen das dann halt nicht nur mit, äh, mit Raumstationen, sondern auch mit irgendwelchen Trümmerteilen oder mit, äh, ihren eigenen, äh, Satelliten oder sonst irgendwas. Also, ähm, ja. Keine Ahnung. Es ist halt so Spekulation. Ich fand's einfach bloß mal interessant. Kann man sich mal durchlesen, was da geschrieben wurde dazu. In jedem Fall, man kann ja, man kann ja hoffen, vielleicht kriegt man, vielleicht kriegt man die Bilder ja doch noch zu sehen. Wenn sie gut aussehen. Ja, wenn sie gut aussehen. Fände ich nicht schlecht. So. Und, äh, Schwarzes noch ohne Supernova. Genau, äh, hat man beobachtet. Also, ähm, offensichtlich gibt es die Möglichkeit, äh, dass ein Stern, äh, zum schwarzen Loch wird, ohne dass da eine Supernova dabei entsteht. Also, Supernova ist ja so eine riesengroße Explosion, äh, äh, es gibt so einen tollen XKCD-Comic. Ähm, da vergleicht ihr eine Wasserstoff-Expl- eine Wasserstoffbombe, die explodiert, wenn man sie an ihr, so ans, ans Auge drückt, ne? Also, stell dir vor, du drückst eine, eine Wasserstoffbombe direkt auf dein Auge und zündest die. Das ist hell, okay? Ja. Das ist richtig hell. So, und jetzt stell dir vor, du beobachtest eine Supernova, äh, aus einer Entfernung, wie die Erde von der Sonne aus ist. Okay? Ja. Die Supernova ist eine Milliarde Mal so hell. Okay. Eine Milliarde Mal so hell, wie eine Wasserstoffbombe, äh, die man direkt ans Auge drückt. Naja, man, also, so Supernova werden ja auch, weil irgendwie grad der, ähm, auf Distanz, ähm, Lars, hat ja auch irgendwie kurz so, neulich drüber geschrieben, wie so ein Amateur-Astronom eine Supernova entdeckt hat. Ja. Passiert ab und zu, ja. Und wie entstehen die schwarzen Löcher jetzt ohne Supernovae? Äh, einfach nur mit weniger, mit weniger Radau. Okay, also. Also, wird ein bisschen heller, aber nicht viel. Äh, also, so eine Supernova entsteht natürlich nur, wenn du einen riesengroßen Stern hast, der sehr, sehr hell ist, und dann, die sind so hell, dass man die tatsächlich auch beobachten kann, wenn sie in, also als einzelne Sterne beobachten kann, wenn sie in einer ziemlich weit entfernten Galaxie sind. Von daher kann man sich dann einzelne solche Sterne rauspicken und, äh, ja, wenn man halt so ein Vorher-Nachher-Foto hat, ne, dann kann man sagen, okay, dieser Stern war es, der jetzt so Supernova geworden ist. Und, äh, in dem Fall war es wohl so, dass der zwischendurch halt, ist irgendwie ein bisschen heller geworden als sonst, aber halt, nicht im Ansatz so viel heller, wie, wie eine normale Supernova, äh, geworden wäre, und dann ist einfach ganz schnell verschwunden. Also ohne viel, ohne viel Aufhebens ist das Ding einfach zum schwarzen Loch geworden. Erstaunlich. Ja. Erstaunlich. Sehr erstaunlich. Interessant. Wusste ich nicht, dass es so ist, aber, äh, es gab wohl, es gab wohl die Vermutung schon zuvor, weil man, ähm, weil man ja weiß, wie viele, äh, schwere Sterne es in den meisten Galaxien so gibt, und man weiß, was für eine Lebensdauer diese schweren Sterne haben, die sind nämlich ziemlich kurz, und, äh, dann kann man so irgendwie so ein bisschen Statistik betreiben, wie viele Supernovae man eigentlich beobachten müsste, äh, und es sind weniger als das. Folglich, äh, ist man halt drauf gekommen, naja, es muss wohl auch irgendwie so einen Kollaps von einem Stern geben, der ohne eine richtig große Supernova abgeht. Und das hat man jetzt wohl beobachtet zum ersten Mal. Ja, sehr interessant. Ähm, ich bin jetzt auch gerade irgendwie durch, Entschuldigung, irgendwie, ja, heute nicht, nicht unser Tag. Nee, gar nicht. Wollen wir noch jetzt kurz Raketenversage machen, und dann, Jupp, dann verabschieden wir uns, genau. Also, äh, Sachen, die dann schon in der Vergangenheit Ding werden, für uns aber noch nicht, weil, Aufnahme und Veröffentlichung Tage auseinander liegen, äh, gleich in ein paar, in einer Stunde, es ist nämlich, äh, kurz nach elf, nicht kurz vor Mitternacht, hab ich nochmal nachgeschaut, startet, ähm, oder wird vielleicht eine Falcon 9 mit dem, äh, äh, Dragonfrachter 11 starten. Äh, besonders ist das, dass das der erste Dragonfrachter ist, der zum zweiten Mal fliegt, und damit Space X, äh, in einen sehr exklusiven Club eintritt, von, ähm, Raumfahrtfirmen, die, äh, Raumfahrzeuge haben, die mehr als einmal im Orbit waren. Ja, sehr exklusiv, nämlich, äh, die einzigen. Nee, es gibt ja auch Space Shuttle und sowas. Als Firmen, ja, Achso, ja, gut, aber der, sagen wir mal so, der Dragonfrachter ist dann Mitglied eines sehr exklusiven Clubes von Space Shuttle, ähm, X37B, Soyuz VA, und noch ein paar wenige, glaube ich, die ich jetzt vergessen hab. Soyuz VA? Ja. Das sagt mir nichts. Dann googles mal. Ich lerne Dinge hin dazu. Ja, also, äh, Google Hausaufgabe für alle Hörer und Hörerinnen. Ist ja auch gut so. Soyuz VA mal googlen. Ähm. Soyuz VA. Äh, ich sehe das Soyuz Programm. Nee, äh. Mal selber schauen, ob ich keinen Scheiß erzählt hab. Ich such's dir nochmal raus. Es war in diesem Abtechnikartikel drin. Okay. Das, äh, also ich, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hab ich nämlich noch nicht viel von gehört? Wurde wohl mal irgendwann wieder, wieder aufgearbeitet und neu gestartet, ne? Was? Dann demzufolge. So eine Soyuz-Rakete oder, ähm, ich muss jetzt, äh, Soyuz-Raumschiff. Äh, genau. Nee, nicht Soyuz. Sowjet, äh, V-A-Spacecraft. Das war's. First, also, zuerst entwickelt, ähm, für, äh, Kosmonottenflüge um den Mond. Ähm, V-A-Spacecraft. Genau, also es gab zwei unbemannte Testflüge in den 77 und 78. Ja, okay. Also, nicht Soyuz-Sowjet. Ich hatte das irgendwie nicht genau gelesen. Das, das erklärt einiges. Das erklärt auch, dass dieses, ähm, Excalibur-Almas-Programm, weil die wollten genau dieses Ding benutzen. Ah, okay. Mir war bloß noch nicht klar, dass dieses V-A-Spacecraft, äh, tatsächlich mal, äh, getestet wurde. Wie heißt es? Excalibur-V? Äh, Excalibur-Almas. Almas. Ah, okay. Okay, weil die, die wollten was benutzen. Ähm, sehr interessant. Danke. Ja. Dann, äh, nächster Start, äh, hatten wir auch schon erwähnt. Eine GSLV Mark III am 5. Juni, um, äh, ähm, 13.58, ähm, europä, mitteleuropäischer Sommerzeit. Also unserer Zeit. Ja. Ähm, genau, dann. Und was mir, was mir gerade einfällt, wir haben nämlich ein, was völlig vergessen zu erwähnen. Die Erektron-Rakete ist gestartet. Hatten wir das nicht erwähnt? Nö, heute nicht. Dann erwähnen wir es ja dann nix. Oder dann erwähnen wir es jetzt. Dann erwähnen wir es jetzt, ne? Also beziehungsweise müsste man mal drüber reden ein bisschen mehr, ne? Ja, es sammelt sich gerade so viel an, wo wir drüber reden müssten mal. Ja. Schreibt das mal auf. Schreibt das mal ins Workflow, damit wir es nicht vergessen. Genau, machen wir es so. Ja. Dann habe ich jetzt von genauen Daten hier habe ich noch im Early June eine Proton. Oh, eine Proton. Ist das die erste nach dem, nach dem Moratorium? Ja, ich denke doch. Mit dem Echo Star 21. Aber alles noch, äh, noch in den Sternen sozusagen. Ähm, schon sehr oft verschoben. Also, oh Gott, die Verschiebungsliste ist fast so lang wie der Artikel selber. Ja, ja. Ne, also, äh, die, die Protonrakete, das war ja doch gut, dadurch, dass man jetzt versucht, tatsächlich mal die Fehler, die man da gemacht hat, auszumerzen, äh, verschiebt sich dann halt einiges. Ja. Dann 14. Juni eine Soyuz mit dem Progressfrachter 67P äh, zur ISS, ähm, Frachtlieferung für die internationale Raumstation. Genau. Und dann noch, äh, eine Falcon 9 Rakete am 15. Juni. Das haben wir ja schon angekündigt, dass dort jede Menge Raketen starten werden von SpaceX. Genau. Man muss natürlich schauen, wie sehr sich das jetzt alles verzögert, denn der Start der Falcon 9 Rakete, die nachher, der nachher hoffentlich stattfinden wird, äh, sollte ja ursprünglich schon vorgestern passieren. Tat es aber nicht, weil 25 Minuten vor dem Start im Umkreis von 10 Meilen ein Blitz eingeschlagen ist und es gibt die Regel, dass im Umkreis von 10 Meilen in der, in den letzten 30 Minuten vor dem Start keine Blitze mehr einzuschlagen haben. Wieso? Hat doch, hat doch der Saturn 5 auch nicht geschadet. Einfach S&E Tor Aux. Tja, aber, äh, das war der Grund. Also wer das nicht weiß, bei einer Uplo-Mission ist mal auch ein Blitz in die Rakete während des Flugs eingeschlagen. Ja, schnellster Blitzerbleiter der Welt. Ist die Elektronik kurz ausgefallen und dann gab's halt diesen Obscore ein SCE 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 zu Aux Schalter, den nur ein, äh, ein Flight Controller im Mission Control kannte und, äh, wenn man den umgestellt hat, dann hat alles wieder funktioniert auf magische Weise. Deswegen ist das so ein Running Gag, wenn man, ähm, so sagen will, einfach ruhig bleiben, einfach SCE to Aux. Jo. War das nicht so was wie, äh, Apollo 15? Ja, so was war's. Jo. Ähm, was haben wir noch? Keine genannt. Ja gut, das alles ist alles noch, äh, ich glaub der nächste Start. Der Rest ist in der Schwebe. Genau, ich glaub der nächste feste Termin ist auch feck in 9, am 25. Juni, aber da senden wir ja schon wieder. Jo. Genau. Gut, das war's von dieser Sendung. und wenn euch, äh, dieses Programm hier gefallen hat, dann erzählt es euren Freunden und Freundinnen, ähm, verbreitet die frohe Kunde, unterstützt uns auf Patreon, schickt uns Geld über PayPal, schreibt vor allem Kommentare, äh, oder gebt Feedback auf Twitter, ähm, wie ihr die Sachen hier findet, ob ihr irgendwas noch wissen wollt, was wir vergessen haben und ansonsten, gehabt euch wohl und, äh, ja, habt, habt schöne Pfingst, Pfingsttage oder, wer, ich werde schöne Pfingsttage gehabt haben werden. Genau. Tschüss. Ciao.